Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Sicherheitsphilosophen Und wir, ungelogen, wir versuchen das gerade zum zweiten oder dritten Mal Weil jedes Mal, wenn ich anfangen wollte, Florian mir in die Aufnahme quatscht So wie jetzt gerade eben Ja, einen sonnigen Freitag wünschen wir euch Beziehungsweise, warte mal, du veröffentlicht das Ich möchte es morgen, also Samstag Also dann einen sonnigen Samstag in der Hoffnung, dass er sonnig ist Wir nehmen einen Tag früher auf und haben wieder viele tolle Themen mitgebracht Und Standardsatz, es ist so viel in der Sicherheit passiert Dafür hast du jetzt 10 Minuten überlegt, um dieses Intro Standardmäßig Nein, das war jetzt improvisiert Das ist, ah, okay Gut, dass du es nochmal betonst, weil ich sag mal Wenn wir die letzten 17 Folgen plus Sonderfolgen anhören würden Könnte es sich sehr ähneln Kannst du mal sehen, wie gut ich bin Im Improvisieren Improvisieren heißt Standardsetzen, okay Achso, du meinst, dass meine Aussagen mal die gleichen sind Ja, aber meine auch Ja, aber du brauchst doch so ein Signature, genau so Das ist halt dieser Signature-Move im Endeffekt Besonders der Signature-Sentence Von dir ist halt, es ist so viel passiert in den letzten Wochen Lass uns drüber sprechen Genau, lass uns drüber sprechen Mein Signature-Sentence oder meine Phrase ist halt Willkommen zu einem neuen Podcast Oder so Ja Aber du versprichst so viel gute Laune Und ich möchte jetzt hier mal öffentlich ein Kompliment dafür geben Mir? Wir hatten ja im Vorgespräch, bevor wir hier angefangen haben Hatte ich dir erzählt, mit wie viel schlechte Laune ich hier reingestartet bin Weil es einfach eine Einfach nur so viele Vollidioten da draußen gibt Die momentan das Corona-Leben noch schwieriger machen Als es tatsächlich Du atmest sehr schwer Echt? Ja Aber gut, das ist auch wahrscheinlich sehr anstrengend mit mir gerade Ne, dass es da draußen so viele Vollidioten gibt Die das Corona-Leben noch schwieriger machen Und Sachen von Leuten, die wirklich gute Ideen haben, kaputt machen Ja, aber die schlechte Stimmung, die schwere will ich hier gar nicht reinbringen Denn es ist so viel passiert in den letzten Wochen Lass uns mal drüber sprechen Ich würde tatsächlich ganz kurz vorneweg, wenn du mir das erlaubst Ein kurzes Update zur letzten Folge geben Ja, tu das Da ich jetzt gerade die Punkte sehe zu deinem kurzen Update der letzten Folge Ja, das ist wirklich kurz Ich versuche es zusammenzufassen Ich hoffe, dass es jetzt nicht in der Art und Weise ausartet Wie ich das Gefühl habe, dass es ausatmen könnte Versuch mich zu stoppen Aber schöne Freude The stage is yours Das geht Also erstmal muss ich sagen Ich bin schwer begeistert, was wir für Aufrufraten hatten bei dem letzten Mal Also wir sollten tatsächlich mehr an unseren Titeln arbeiten zukünftig Weil die offensichtlich stärker teasern als manche andere Titel Moment, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, was der letzte Titel ist Ich erzähle es Ihnen währenddessen Wir hatten ja letztes Mal als Schwerpunkt gesetzt Die Aktion des BDSWs Also für diejenigen, die es tatsächlich Das, was du jetzt als Arbeitstitel drinstehen hast, war der Originaltitel dann? Ich glaube ja Der Titel hieß der Tag, an dem wir den BDSW ärgerten Nee, die hast du noch was anderes drinstehen Dann habe ich tatsächlich noch was anderes reingeschrieben Ja, also jedenfalls Für diejenigen, die sich in der Podcast-Welt so ein bisschen auskennen Und wissen, dass der Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz Der Top-Podcast ist überhaupt Und wenn wir da rankommen Mit knapp so zwischen 15 und 20 Prozent Über allen Kanälen der Zuschauerraten Dann können wir, glaube ich, schon ein bisschen stolz darauf sein Was für klasse Zuhörer wir haben Wenn wir so um die 20 Prozent der Zuschauer- und Aufrufraten haben Im Vergleich zu dem größten, bekanntesten Podcast, den wir sonst auch haben Ja, also für die Kurzfassung Oh, Alter, schrei nicht immer so ins Mikro Entschuldigung, ich setze das Mikro ein bisschen weiter weg Und dafür haben wir doch extra vorneweg den Spuckschutz ausprobiert Aber offensichtlich hilft ja nicht viel Jedenfalls finden wir Kurzfassung zusammen Der BDSW hat ein internes Papier veröffentlicht gehabt Wo es darum ging, alles ganz schlimm Die Welt ist schrecklich Corona ist schrecklich Riesige Auswirkungen auf die Sicherheitsbranche Schaut einfach mal in die letzte Folge rein Die verlinke ich auch an dieser Stelle hier nochmal Und dann könnt ihr das da nochmal nachhören So, jetzt gab es letzte Woche dazu Zwei, drei interessante Entwicklungen Die erste Entwicklung ist gewesen Die hatte die IHK von Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben gehabt Dass tatsächlich man das, was wir auch so ein bisschen Richtung Digitalisierung und neue Wege als Lösungsvorschläge angesprochen hat Dass man gesagt hatte Okay, bisher sieht es ja die Bewachungsverordnung und die Vollzugsregelungen so aus Dass ich ja tatsächlich erst die Zuverlässigkeitsprüfung anstreben kann Oder bestarten kann im Bewacherregister Wenn mit der Anmeldung der Bewacherperson tatsächlich auch der Abschluss der Unterrichtung oder der Sachkundeprüfung drin war Das NRW-Wirtschaftsministerium hat beschlossen und festgelegt und hat gesagt Nee, um praktisch Zeit zu sparen Läuft das zukünftig parallel Also wenn hier ein Unternehmen, ein Sicherheitsdienstleister praktisch schon mal belegen kann Dass es eine Wachperson anstellen möchte Und die auch schon tatsächlich für eine Unterrichtung oder Sachkundeprüfung angemeldet ist Dann kann er das schon ins Bewacherregister eintragen Und wir verkürzen praktisch diese gesamte Zeit Auch dadurch, dass ja derzeit keine Unterrichtung und Sachkundeprüfung stattfinden Dadurch, dass wir schon den Prozess der Zuverlässigkeitsüberprüfung initiieren Das heißt, wenn er dann die Unterrichtung abgelegt Also die Unterrichtung gemacht hat und die Sachkundeprüfung dann abgelegt hat Und das beides schon passt und im Idealfall zum gleichen Zeitpunkt kommt Dann kann die Fachperson früher und schneller eingesetzt werden als bisher Soviel zu neuen Wegen Ich finde, dieser Ansatz ist gut Ich kenne es bisher nur aus Nordrhein-Westfalen Der zweite Punkt, der ganz interessant war War der Aspekt, dass der BDSW in seinen Pressemeldungen in den letzten Tagen extrem zurückgerudert ist Das verlinke ich euch auch an dieser Stelle nochmal Gestern Abend gab es ein Statement vom Dr. Olschock dazu Dass er jetzt plötzlich geschrieben hat und gesagt hat Ja, wir brauchen an den Supermärkten mit der Indizierung jetzt der Reduzierung der Einschränkung vom Coronavirus Qualifiziertes Personal als Sicherheitsmitarbeiter mit einer sehr guten Bezahlung oder tariflichen Bezahlung Oder über tariflichen Bezahlung hat er sogar gefordert und man möchte da jetzt nicht jeden x-beliebigen mehr da vorne stehen haben Und der praktisch dort nur eine Warnweste anzieht und keine Unterrichtung, keine Sachkundeprüfung hat So, jetzt könnte man zwei Sachen sagen Erste Sache kann man sagen, ja, Fähnchen im Wind Offensichtlich hat er sehr viel Gegenwind bekommen Dazu auch von Mitgliedsunternehmen Von einigen habe ich es persönlich tatsächlich erfahren Das wäre der eine Punkt Den glaube ich aber gar nicht mal Sondern der Bundesverband zieht sich jetzt aus dieser Diskussion rum Weil er ein eigenes Sprachrohr gefunden hat Denn Secretas Deutschland als Holding hat letzte Woche die Bundesregierung und die Landesregierung angeschrieben Mit der gleichen Forderung, die der BDSW zuvor getätigt hat Nämlich, wir müssen den Paragraph 34a und die dazugehörenden Vollzugsverordnungen außer Kraft setzen Weil wir brauchen jetzt ganz viel Personal Für mich bedeutet das, das ist meine subjektive persönliche Wertung Der BDSW hat gesehen, oh, er hat ein Problem Es hat auch Mitgliedsunternehmen, haben gar kein Verständnis geäußert Und haben gesagt, okay, sie möchten aus diesem Verband austreten möglicherweise Und das andere Thema ist, sie haben jemanden gefunden Der als Unternehmen auftritt, der aber gleichzeitig auch das größte Stimmrecht hat Weil es einfach das größte Unternehmen innerhalb des BDSWs ist Nämlich Secretas, die jetzt auf einer anderen Ebene diese Forderungen umsetzen können Und so praktisch diese Forderung nicht als Forderung des BDSW an die Landesregierung und die Bundesregierung geht Sondern die als ein Sicherheitsdienstleister aus dem BDSW Okay, so, zwei ganz kurze andere Themen Ich habe versprochen, dass es kurz wird und ich versuche mich auch wirklich daran zu halten Ich dachte Bescheid, wenn du die erste Bestunde vollgemacht Okay, dankeschön Wie es anders geht beispielsweise, zeigte Großbritannien auch letzte Woche Großbritannien hat praktisch, das ist ein bisschen anders aufgestellt Die haben keinen klassischen Bundesverband des BDSW Sondern die haben eigentlich eine privatwirtschaftliche Behörde Die Security Industry Authority Die ist anders rangegangen Großbritannien hat offensichtlich mit den Supermärkten das, was auch die Forderung des BDSW gewesen ist Die gleiche Problematik Zu viele Aufträge für angeblich zu wenig Personal Das kann ich für Großbritannien erstmal nur so stehen lassen Das kann ich nicht bewerten Aber die Security Industry Authority ist rangegangen und hat nicht gesagt Okay, wir belehren jetzt die Unternehmen und die Mitarbeiter Und wir versuchen da irgendwie da Lockerungen oder ähnliches reinzukriegen Nein, die SIA hat ein Dokument veröffentlicht Und dieses Dokument richtet sich an Supermarktbetreiber Und schreibt denen explizit vor Pass auf, wenn ihr einen Sicherheitsmitarbeiter für genau diese Thematik Die Regularien sind offensichtlich überall gleich Abstand zwischen den Wartenden, nur so, so viele Personen Wenn ihr die einsetzen wollt, dann geht ein Fragenkatalog durch Welche Tätigkeit er tatsächlich ausführt Und wenn ihr dann zu dem Ergebnis kommt Was ja im Kern auch die Bewertung des Beschreibens des BDSW gewesen wäre Dann braucht ihr einen Sicherheitsmitarbeiter mit der entsprechenden Lizenz Also ganz interessant, dass man dort einen anderen Weg gegangen ist Und gesagt hat, ich versuche nicht die rechtlichen Regularien runterzuschrauben Indem ich dem Kunden alles anbieten kann Sondern man hat gesagt, okay, wir machen den Kunden zu einem mündigen Kunden Mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Ahnung und Kompetenz in diesem Bereich Und der kontrolliert praktisch die Sicherheitsdienstleister Durch Ausschreibung und durch Fortführung Ob die sich an alles halten Und der letzte Punkt, den ich an dieser Stelle sagen möchte Um einfach zu beweisen, dass es da draußen besser läuft als beim BDSW Die Gewerkschaft in Österreich hat zusammen mit dem Arbeitgeberverband Ein Corona-Schutzpaket veröffentlicht Das ist ein dreiseitiges Dokument von allen Seiten unterschrieben Für Beschäftigte im Bewachungsgewerbe Was ganz klar regelt, woran sich Weil Österreich hat ja ein bisschen früher angefangen Mit den Rückschrauben der Maßnahmen Der Einzelhandel ist ja da schon längst eröffnet Auch mit bestimmten Vorgaben, die wir auch eher aus Deutschland kennen Oder ähnlicherweise aus Deutschland kennen Mit ganz eindeutigen Vorgaben da drin Was der Arbeitgeber für Schutzmaßnahmen zu implementieren hat Für Hygiene auf Einsatzbereichen Für organisatorische Maßnahmen Für Arbeiten im geschlossenen, im freien Bereich Mit beengten Verhältnissen Und was dort die Mindestanforderungen dafür sind Wie der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer zu schützen hat Und ich finde, wir können, glaube ich, tatsächlich hier aus dieser Zeit Aus den anderen Ländern was leben Wenn man da wirklich sagt Okay, der Kunde, die Dienstleistung steht im Vordergrund Der Schutz der Mitarbeiter steht im Vordergrund Und nicht Und das ist meine These, die ich weiterhin da vertrete Die Forderung des BDSW und von SecureTaster Schnelle Geld zu verdienen Auf dem Rücken von anderen Und auf dem Rücken einer niedrigen qualitativen Dienstleistung So, 30 Minuten oder waren es 29? Lass mich schnell prüfen 12 Ja, schön, dass du darüber gesprochen hast Ich hoffe, euch hat es auch gefallen Wir sehen uns nicht so weit Nein, natürlich nicht Du solltest heute der gute Launebär sein Ja, das macht sich in der Corona-Isolation Tatsächlich so ein bisschen schwer Muss ich zugeben Aber du könntest doch Könntest du nicht deine psychischen Macken Eher in die Richtung, dass du lustig verrückt wirst Und nicht Ja, das schwankt immer so ein bisschen Also das ist wie mit Quasi Wie mit deinem Wie soll ich sagen Mit deinem Wachzustand Also du hast ja auch irgendwann Mitten am Tag Hast du ja auch so einen So einen Todpunkt Oder wenn du lange nicht geschlafen hast So eine Nachtschicht ist da Immer so ein gern gesehenes Thema Da hast du doch irgendwann so einen Todpunkt Wo du komplett einknickst Und ich glaube, ich habe diesen Punkt momentan Dass quasi meine Isolation Mich gerade nicht verrückt macht Sondern ich jetzt quasi Eher diesen melancholisch-depressiven Part habe Also Wer dich länger kennt, weiß Dass das nicht nur Nicht nur jetzt ist Richtig Das ist eigentlich immer so Und der Spaß-Typ Kommt eigentlich nur raus Wegen der ganzen Drogen Ne, Spaß Also Ich habe mich heute tatsächlich Ich sage dazu nichts Ich habe mich heute tatsächlich auch Über einen Paketbringdienst Ein wenig geärgert Und Qualifiziertes Personal Du hast ja die Geschichte Ja vorhin schon erzählt Genau Also ich möchte da jetzt Gar keine Story draus machen Aber ich habe mich über den Sehr geärgert Ich habe es auch tatsächlich Unternommen Mir eine Beschwerde-E-Mail Aufzusetzen Und zu verschicken Und ich konnte Das können wir Deutschen ja Naja also Du hattest mir gesagt Ich soll mich beschweren Zwei andere Freunde Hatten mir auch gesagt Ich soll mich beschweren Ich meinte in beiden Fällen Dass ich nicht glaube Dass es in irgendeiner Form Was bringen wird Weil Ich das letzte Mal Als ich mich bei Bei diesem Transport Oh jetzt ist es fast gesagt Bei diesem Transportunternehmen Beschwert habe Da nämlich genauso viel Draus gekommen ist Wie jetzt Nämlich nichts Ich habe es trotzdem gemacht Und ich habe es Auch nicht verhehlen können Reinzuschreiben Dass ich nicht glaube Dass meine Kritik Irgendetwas bringt Aber gut Und Was war noch Achso ja Ich sehe seit Ich glaube Fünf oder sechs Wochen Sitze ich inzwischen zu Hause Wir haben ein bisschen früher Angefangen auf Arbeit Und ich sehe seit Knapp sechs Wochen Mehr oder weniger Die gleichen vier Wände In Anführungszeichen Und ich würde jetzt ganz gern Mal wieder Zur Arbeit gehen Witzigerweise Mein Kollege Der in Potsdam lebt Und sagt Er würde Nicht mal Er würde Sein Zitat Er würde In Berlin Nicht mal tot Über den Gartenzaun Hängen wollen Hat mir letztens Er will endlich Wieder ins Büro In Berlin Er kann es nicht mehr Sehen zu Hause Zu sitzen Und das fand ich schon Sehr witzig Das ist quasi jetzt So ein bisschen Die Corona Depression Wenn wir sie so nennen wollen Gut Nochmal fünf Minuten Verschwendet Für unnötigen Smalltalk Ich schneide es raus Sehr gut Ich würde sagen Wir machen einfach mal Weiter mit unseren Quickies Denn wie ich gesehen habe Haben wir da heute Relativ viel Auf der Liste stehen Dafür kein Hauptthema Aber gut Lass uns doch Dann machen wir heute Ich sehe schon Neue Neuer Arbeitstitel Für diesen Podcast Ist Quickies Lass uns mal Ein Quickie machen Schön für den Clickbait 15 Minuten Und das Niveau Ist unter der Gürtel Darüber hinaus gestiegen Ich hebe mal die Füße Damit es unter den Teppich kann So So ist es weg Wir können weitermachen Ich glaube Wir hätten die Aufnahme Noch mal verschieben sollen Am Tag Ja wahrscheinlich Den Hinweis Den du mir hier reingeschrieben hast Worüber du dich auch Vorhin aufgeregt Hast was du angeschnitten Hattest Wolltest du das Hier auch noch mal Nachher Achso Nein Wolltest du rauslassen Okay schade Weil ich hätte nämlich Sonst hätte ich jetzt Nämlich vorgeschlagen Dass du vielleicht kurz Von dem Fall erzählst Der dich so aufgeregt hat Weil ich finde Das ist eine Sache Der man keine Bühne geben sollte Aber die man vielleicht Trotzdem ansprechen sollte Aber Nein Nein Das ist Nein dem sollte man Keine Bühne geben Das sollte Das sollen die Betroffenen Gerne machen Diejenigen Die das da so ein bisschen Verfolgen Und ich Überlege gerade Für mich selber noch Ob ich dazu Auf Facebook was schreibe Zumindest In der Ankündigung Oder nicht Nein Lass uns mal Lass uns das mal Außen vor Das ist Zu aktuell Und zu mystisch Dafür Folgt mir alle Gib mir ein Like Auf Facebook Und ihr verfahrt dort Was mich ärgert Ja Oder meiner Instagram Story Ja Oh Gott Dann aber kurz noch Nicht ein Hinweis Sondern ein Kommentar Zu Ich hatte gesehen Du hattest auf Auf den Auf irgendein Video Von Securitas Reagiert Auf Facebook Oh ja Ich überlege Was war denn das Doch das kann ich dir Ganz kurz erzählen Das passt auch ganz gut dazu Das wird heute Eine total düstere Aber dafür inhaltlich Leichte Folge Wir pendeln hier sehr Das war tatsächlich Securitas hat was sehr Cooles eigentlich gemacht Wenn man das Isoliert betrachtet Securitas hat Praktisch über Zwei Mitarbeiter berichtet Die Das ist auch Durch den Zumindest durch den Polizeiticker Nee Das war noch Irgendwas anderes Das habe ich heute Auch gesehen Aber ich meine Das war vor ein paar Tagen Da hattest du auf irgendwas reagiert Was Securitas geschrieben hat Dann lass mich ganz ganz kurz Ganz ganz kurz nochmal erzählen Weil jetzt habe ich es angerisst Wir reißen heute nur Themen an Und erzählen niemandem was Boah dann nennen wir das Die Reißerfolge Ey geil Also Securitas hat ein Video produziert Das ist auch diese Sachverhalt Das ist auch diese Sachverhalt Das ist auch über Über einen Ticker Polizeiticker gelaufen Sehr cool eigentlich Vom Prinzip her Das was man eigentlich Immer wieder sagt Medien und fokussieren Und berichtet Ihr tut Gutes Also redet auch darüber Also zwei Sicherheitsmitarbeiter Haben praktisch eine Versuchte Vergewaltigung Glaube ich In dieser Situation War das noch gewesen Tatsächlich während ihrer Dienstzeit Verhindert Die haben sehr aufmerksam Oder sind aufmerksam geworden Auf eine komische Situation So wie sie es selber schildern Beim Park ihres Objektes Gegenüber Und als sie sich dann gesagt haben Okay wir beobachten mal Die Situation Gehen mal dort ran An die Situation Haben sie festgestellt Dass ein Mann dort Gerade versucht hat Eine junge Frau Zu vergewaltigen Sexuell zu belästigen Zu verweilen Das schneiden wir raus Nein das ist auch Also Punkt 10 Auf unserer Liste Nein das ist nicht witzig Das ist wirklich Das ist immer Situationskomik Wenn man ein falsches Wort benutzt Und das ist eigentlich nicht witzig Okay also Also zu vergewaltigen So sie haben diese Person Angesprochen Angeschrien Haben sie vertrieben Und sind der Frau Zur Hilfe gegangen Und das hat Secretas Sehr hochwertig Wie ich das finde Auch an diesem Video Auch produziert Und ich sag mal Leihendarstellerisch Nachgeschauspielert So ein bisschen die Situation So wie wir es alle Aus Aktenzeichen XY So ein bisschen kennen Haben sie aber gleichzeitig Mit ihrer Forderung Auch wir vergessen jetzt mal Paragraph 34a Und Bewachungsverordnung Publiziert Während sie dieses Video Parallelschie Veröffentlicht haben Und da stand ja Unsere Sicherheitsmitarbeiter Und gute Qualität Professionelle Dienstleistung Und da habe ich halt Wirklich drunter geschrieben Und das auch kommentiert Und dazu stehe ich auch Ich finde das gut Was die gemacht haben Und das belegt einmal wieder Dass du eben Heutzutage Keinen Sicherheitsmitarbeiter Mehr brauchst Förtner Diskussion Ohne diese Förtner Diskussion Wieder aufzumachen Der die Füße auf dem Schreibtisch hat Irgendwo in seiner Warte sitzt Und eigentlich darauf hofft Dass er abgelöst wird Und zwischendurch Kaffee trinkt So Sondern dass du wirklich sagst Okay was passiert in meinem Umfeld Was passiert dort Was Weil das halt alles Einwirkung darauf hat Aber ich kann das nicht Und das hat mich tierisch geärgert War aber nicht der Punkt Der mich heute geärgert hat Der hat mich gestern Oder vorgestern geärgert Ich kann das nicht In einer Diskussion posten Wo ich gleichzeitig sage Na ja Moment mal Für unsere Dienstleistung Brauchen wir eigentlich Gar keine Anforderung Das kann jeder machen Das finde ich Ist echt Echt beschämend An dieser Stelle Das in dieser Art und Weise Zu kommunizieren Auf der einen Seite zu sagen Ja wir haben klasse Mitarbeiter Eine professionelle Dienstleistung erbringen Aber gleichzeitig sagen Ja eigentlich zur Erbringung Der Dienstleistung Komm In der Krise vergessen wir 34a Können wir Brauchen wir nicht Bewachungsverordnung Brauchen wir nicht Zuverlässigkeitsüberprüfung Ach erst recht brauchen wir die nicht So nach dem Motto Also auf der einen Seite sage ich Professionelle Dienstleistung Ist wichtig Die können nur wir Und auf der anderen Seite sage ich Ja aber für eine professionelle Dienstleistung Brauchst du keine Anforderungen Ich finde das ist auch schäbig Den Mitarbeitern gegenüber Ja aber wie du schon sagst Also wenn man das rein isoliert betrachtet Dann ist es eigentlich Eine gute Aktion Und ich muss zugeben Ich hatte das Video gesehen Ich habe Weiß ich nicht Ich habe nur ein paar Sekunden Davon laufen lassen Weil ich mir dachte Komm Bucht du dir nicht an Weiß ich nicht Ist so ein bisschen drüber War mein erster Gedanke Warum man daraus ein Video machen muss Aber so im Nachgang Habe ich mir dann auch gedacht Naja Im Endeffekt Warum glauben wir denn Dass das so Also Warum sind wir denn der Meinung Dass das übertrieben ist Einfach nur weil wir es nicht kennen Ja Und wenn man sich mal überlegt Vielleicht nicht eins zu eins gleich Aber adaptiert Die Amis machen ja ständig sowas Also wenn du halt Irgendwie weiß ich nicht Videos siehst Wie sie Wie sie irgendwelche Leute filmen Oder wie sie Situationen nachstellen Weil es halt irgendwelche Krassen Situationen waren Da ist es halt gang und gäbe So ein Beispiel Was mir jetzt einfällt Die haben noch hier Der Ach wie hieß denn der Der Eine Scharfschütze von denen Über den sie auch den Film gemacht haben Mit dem Mit dem Bradley Cooper Ja ich weiß Haben sie doch am Ende auch Szenen reingeschnitten Wo der Sarg von dem Also der Trauerzug quasi hier Der ist ja durch Durch halb Amerika Gefahren worden Oder zumindest durch Durch Ich glaube mindestens ein Bundesstaat Oder sowas gefahren worden Da haben hier die Leute An der Seite gestanden Erwiesen und haben quasi Ihre letzte Ehre erwiesen Wo wir ja hier in Deutschland Mehr oder weniger sagen Ey das Sag mal spinnt ihr Das ist doch Das ist doch komplett drüber Und ich finde es grundsätzlich Einfach eigentlich um die Also auch So als Antwort auf das Was du mal sagst Wie können wir denn jetzt Vernünftiger Partner Der inneren Sicherheit werden Etc Finde ich so eine Sache Eigentlich gar nicht verkehrt Das ist halt unglaublich Kostenintensiv Und in der Regel Ist der Ist das Einkommen Das du damit erzielst Ja Quasi gleich null Weil Im Endeffekt Du polierst halt damit Dein Image Aber Aber es ist was Gutes Ich meine wir haben ja Letztendlich schon Und das verlinke ich euch Auch jetzt hier nochmal Um das nochmal nachzugucken Wir haben ja schon Schon mal eine Folge Ein Hauptthema darüber gemacht Und genau das was Darüber gesprochen zu sagen Wie können wir uns Tu Gutes Und sprich drüber Das Blöde ist nur Dass das jetzt in eine Komplett Blöden Situation kommt Aber das brauchen wir Eigentlich Viel viel mehr Weil aus diesen Kreisen So wie du es jetzt gerade Auch mit diesem Sniper beschreibst Aus den Kreisen Die es interessiert Nämlich die Sicherheitsbranche An sich jetzt erstmal selber Daraus geht es ja Irgendwann raus Und sagt ja okay Dann teilt das mal jemand Der nicht in der Sicherheitsbranche Dann sieht das jemand anders Und sagt dann Hey ist doch eine geile Aktion Und so kriegst du da eine Kette Und irgendwann Verselbstständigt sich es Dass du dann wirklich sagst Dass du dann eben auch jemand Der außerhalb der Branche ist So wie die Sniper Und den Ehrensalut da Sage ich jetzt mal Wobei das Amerikaner und Armee Ist ja nochmal ein anderes Verhältnis Aber dass das einfach Auch die anderen dafür interessiert Und vor allem Und das ist das Was mich an diesem Punkt Jetzt hier gerade extrem ärgert Wenn das gut produziert ist Und zwar nicht nur Fachlich technisch gut produziert ist Sondern dass es auch eben Nicht so dasteht zu sagen Hey guck mal Wir sind hier die Geilsten Und was für Heroes wir sind Und ich ersetze Der eine davon War ein älterer Mann gewesen Den du vielleicht Früher nochmal mit Wachmann betitelt hast Ich glaube der erzählt auch Dass er 20 Jahre in der Branche ist Und sowas Aber dass du einfach Das auch aus so einer Natürlichkeit Heraus darstellst Und eben nicht hier Oh guck mal was für Helden wir sind Und hier dickste Muskeln Und Waffe Nee sondern dass du auch Mit kleinen Sachen einfach Ähm und das ist ja Im Kontext Das deutsche Sicherheitsrecht Sieht ja eben nicht Dicke Muskeln Bewaffnung Und wir sind voll krass vor Sondern es auch mit kleinen Maßnahmen Einfach Ähm was Großes erreichen kannst Und was Gutes tun kannst Und Das ärgert Das ärgert mich einfach so Darauf sollte man seinen Wert legen Nicht jetzt hier Geld verdienen In Supermärkten Und wie kriegen wir möglichst viel Geld Drangeschöffelt Sondern das Geld kommt irgendwann von alleine Wenn wir einfach ein besseres Image haben Ja aber so funktioniert die Wirtschaft leider nicht Also ist meine Meinung Ähm wir bräuchten mehr davon Ja keine Frage Aber Wie gesagt Das wirft halt Nicht primär Geld ab Und damit ist es einfach nur ein Kostenpunkt Den ich mir Nach Möglichkeit ersparen will Das ist zumindest so mein Eindruck Ähm Haut's gerne in die Kommentare Wenn ihr seid Wenn ihr der Meinung seid Dass es nicht so ist Ähm Dann lass uns doch jetzt Wo du das Update gefahren hast Äh Ich bin dann doch bei 30 Minuten angekommen Ja eben Ähm Ich hatte eigentlich gerade eben noch einen Punkt Zu einem seiner Updates Aber ich hab den leider verloren Weil ich dich nicht unterbrechen wollte Von daher überspringen wir das jetzt einfach Und wir machen einfach mit unseren Äh vielen Quickies weiter So dass wir am Ende dann Äh Quasi ja So komplette Folge gefüllt haben Oder es wird halt ein bisschen kürzer Aufgrund des schönen Wetters Und weil wir unbedingt noch rausgehen Wollen bei Kontaktspeise Je nachdem Gut Fang du an Ich soll anfangen Ich hab's geahnt Dann ähm Fang ich vielleicht mit dem kleinsten Thema an Das äh Ich hab das ja so ein bisschen Ich sag mal Auf deinen Hinweis mehr oder weniger Mit reingekommen ist Und zwar Äh Habe ich Ich glaube Diese oder letzte Woche Eine Eine Werbe-E-Mail bekommen Von Lustigerweise EasyJet Ähm Wie ihr ja aus einer unserer Folgen wisst Waren wir Äh In Genf Und äh Jeder der sich da ein wenig Äh ja Beliest Wird rausfinden Dass nicht allzu viele Fluggesellschaften Nach Genf fliegen Unter anderem halt EasyJet Zumindest aus Berlin Und EasyJet hat mir eine Äh Hat mir eine Werbe-E-Mail geschrieben Mit Ich soll doch mal meinen nächsten Sommerurlaub planen Jetzt quasi Und hat mir da Äh ich glaube Ein paar Reiseziele vorgeschlagen Die alle mehr Also inzwischen ist ja quasi Jedes Land Risikoland Aber die alle so im Ich sag mal Im südeuropäischen Raum liegen Äh Und hat mich dann Ähm Hat mir quasi das Angebot offeriert Das zusätzliche Koffer Nur Ich glaube Fünf Euro kosten Statt den Sonstigen Weiß ich nicht 23 oder was es sind Da Äh Hatte ich Florian Angeschrieben Und ihn gefragt Ob äh Ob er wüsste Ob EasyJet eventuell Irgendwas verpasst hat Weil Ich jetzt mit Sicherheit Keinen Flug planen würde Und Kurz darauf Äh Antwortete Florian mir dann Ebenfalls mit einem Screenshot Und dieser Screenshot War von TUI Äh Florian hat da nämlich Eine Reise gebucht Für dieses Jahr Tatsächlich noch Im Sommer Mit Anzahlung Bitte Äh Ja ja Ich Erzähl Erzähl Entschuldigung Hat er halt Hat eine Reise gebucht Mit Anzahlung Äh Von der er allerdings Aktuell noch überhaupt Gar nicht weiß Ob die stattfindet Geschweige denn Ob er irgendwas Von seinem Geld Wiedersieht Ähm Und Äh Ja Da hatten wir dann So beide den Moment Gefunden Wo wir so ein bisschen Ja Verhalten drüber lachen mussten Weil Äh Man Angebote bekommt Die offensichtlich Also dieses Die anscheinend System generiert sind Und die auch nicht Wo das System auch nicht Angehalten wurde Und dir quasi Werbung zu fächeln Die in der derzeitigen Situation irgendwie Unpassend sind Weil Ich denke Das geht euch Ähnlich wie uns Ähm Ich werde jetzt nicht Anfangen Urlaub zu planen Wenn für mich nicht Absehbar ist Ob ich diesen Urlaub Antreten kann Und da am besten Noch Geld rein Verbrennen Ähm Das war für uns Wieder mal so ein So ein Punkt Wo wir sagen Äh Ja Kommunikation Äh Ist halt keine Einbahnstraße Und ist auch gar nicht so einfach Weil eigentlich hätte man sich Das Ding ja klemmen können Äh Im Zweifelsfall Verärgerst du ja eigentlich Nur deine Kunden damit Anstatt da irgendwie Ich sag mal Ein positives Gefühl zu wecken Ähm Fand ich ganz witzig Hatte mich auch so ein bisschen An die Geschichte erinnert Von der Feuerwehr Da hatten wir euch auch In einem unserer Podcast Oder ich euch in einem der Podcasts Informiert Dass die Feuerwehr Berlin ja Ein Ausfall ihres Leitstellensystems hatte Und die haben das auch Ein bisschen doof In ihrer Pressemitteilung Ähm Verkauft Was so ein bisschen Den Eindruck machte Von wegen Wir haben Wartungsarbeiten Gemacht Und deswegen ist unser Leitstellensystem ausgefallen Ähm Das ist halt wieder so ein Punkt So ein schönes Beispiel Für Kommunikation Wie sie am besten Nicht laufen sollte Vor allem also Nochmal Als Ergänzung Warum Warum ich das Du hast es ja Für dein Sachverhalt Beschrieben und bei meinen Teilen Ja auch angerissen Was ich einfach In dieser Kommunikation Einfach völlig daneben finde Um das vielleicht auch nochmal Ein bisschen zu ergänzen Aus Sicht von Ähm Ähm Von Na Sag schon Von TUI Oder die TUI-Richtung Zumindest Ich habe jetzt eine Anzahlung getan Getätigt Die irgendwo bei Vielleicht 1700 Euro liegen So Ähm Ich weiß heute nicht Nach dem neuen Gesetz Oder dem Gesetzesvorschlag Der von der Bundesregierung Äh Initiert wurde Ob ich mein Geld zurückbekomme Oder ob ich einen dämlichen Gutschein bekomme Das ist ja die erste Ebene Die zweite Ebene ist Ich weiß überhaupt gar nicht Ob ich im Nachhinein Weil TUI hat ja selber Verpflichtungen Ob ich im Nachhinein Ob überhaupt mit TUI noch reisen kann Oder ob TUI pleite geht So Und das ist einfach so Diese Schäbige In dieser In dieser Diskussion Ähm Weil ich einfach mir sage Leute Sowas muss man so noch nicht machen Und ich glaube Und das fiel mir gerade ein Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen Aber Das 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 sind auch Kommunikationsgrundsätze Die Die Eigentlich Seit dem Zugunglück Von Eschede Bei der Deutschen Bahn Ähm Die hat sich glaube ich Jetzt 20-jähriges Jubiläum gehabt Ne 1998 Also wir sind jetzt tatsächlich Beim 22-jährigen Jubiläum Am 3. Juni 1998 Eigentlich nicht mehr passieren dürfen Weil wer sich vielleicht daran erinnert Warum die Bahn unter anderem Wegen dem Ähm Achsbruch Oder Ja ich glaube es war ein Achsbruch gewesen Warum das passierte dort Warum das so schief gegangen ist War ja auch Dass Kunden Oder Angehörige Von Verstorbenen Angeschrieben wurden Im Nachgang Um Ich glaube die Die Kosten Die für die Bahncard Oder sowas entstanden sind Dort noch einzutreiben Und zwar nicht relativ Freundlich Ähm Und Eigentlich hätte man aus dieser Situation Schon Also hat man eigentlich Kommunikationsstrategien entwickelt Nicht nur bei der Deutschen Bahn Sondern überall anders Dass man sagt Okay wenn der Wenn der Sorgen Nöte Ängste hat Dann muss ich ihn jetzt A nicht auffordern Was anderes zu tun Und ich muss ihn auch nicht Ich sag mal Dazu drängen Ja In irgendeine Eine komische Situation Kommt Ohne Und das musste man dazu sagen Ich hab bisher von Tui Nichts gehört Als Kunde Ähm Was eigentlich mit meinem Urlaub Im August passieren wird Also Sehr sehr ungünstig Diese Kommunikation Nicht Nicht nur in Corona-Zeiten Sondern Ähm Auch Ähm Eigentlich außerhalb Also solche Kommunikationsfopas Dürfen eigentlich nicht passieren Naja man muss Also man muss ja verteidigend da sagen Ähm Dass Eine Tui Als auch eine EasyJet Ähm Ja durchaus versuchen Ähm Weiß ich nicht Äh Das Das Tagesgeschäft So ein bisschen Am Leben zu halten Das sind halt zwei Unternehmen Die sich in der Branche befinden Die momentan Ähm Mit am stärksten betroffen sind Weil wenn ich nicht mehr reise Und keinen Urlaub mehr mache Sind das zwei Unternehmen Die relativ schnell Vor die Hunde gehen Ähm Von daher kann ich es verstehen Dass sie halt Irgendwie gucken Ob sie nicht Ähm Ähm Ist das auch so ein vollkommen Legitim Grund Ähm Ihr Tagesgeschäft am Laufen zu halten Weil sonst Brauchen die sich nicht Brauchen die ja nicht abwarten Welche Maßnahmen vorgeschlagen werden Sondern die können dann quasi Sofort Insolvenz anmelden Vielleicht auch mit dem Hintergrund Ähm Ähm Äh Ja vielleicht die Leute auch so ein bisschen Aus der Dätschensituation abzulenken Könnte ich mir vorstellen Ähm Dass TUI dir bisher noch nichts gesagt hat Zu deinem Urlaub im August Kann ich nachvollziehen Ich habe das jetzt bei einer anderen Veranstaltung Die im Im Mai gewesen wäre Glaube ich Ähm Zu der ich hin wollte Äh Hatte ich das Problem Die hatten bisher auch gesagt Ja, ja Wir lassen alles ganz normal Also die hatten bisher noch nichts dazu gesagt Die Veranstaltung stand offiziell noch im Veranstaltungskalender Ähm Tickets waren noch gültig Man konnte Karten verkaufen Etc. PP Und ich hatte noch keine Karten Und habe mit einem Freund Wir hatten uns dann entschieden zu sagen Okay, wir kaufen mal noch keine Karten Weil wir jetzt quasi bis Nach Ostern abwarten wollten Was jetzt die neuen Regularien sind Und ähm Gestern haben sie dann veröffentlicht Dass sie das Event verschieben werden Aufgrund der ähm Ähm Aufgrund der derzeitigen Regelung Der Bundesregierung Ähm Dass sie es halt nicht stattfinden lassen können Und die haben auch Äh In ihrem Statement gesagt Naja Sie bekommen halt von vielen Leuten Die Karten gekauft haben Anfeindungen In Richtung Ey, warum habt ihr das Event noch nicht abgesagt Äh Das ist Ihr seid ja quasi nur Geldgeil Etc. PP Wo ich mir auch sage Naja Aber was wollt ihr denn machen Also Willst du wirklich ein fertig organisiertes Event Absagen Wenn Eigentlich noch gar kein Wirklich triftiger Grund dafür besteht Weil es offiziell noch nicht verboten ist So da Also Ja 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 Wenn ich dich da mal kurz unterbrechen darf Es ist halt eine Zwickmühle Ich glaube es geht gar nicht darum Ob ich das absage oder nicht absage Aber ich glaube es ist so eine Grundsatz Kommunikationsstrategie Ähm Oder sollte ein Kommunikationsgrundsatz sagen Den Leuten zu sagen Pass auf Wir haben Wir haben auf dem Schirm Dass du dir Gedanken darüber machst Findet die Veranstaltung statt oder nicht So Das ist Die erste Symbolik an dieser Stelle Und die zweite ist Ich glaube es ist besser zu kommunizieren Wenn du auch nichts weißt Anstatt zu schweigen Wenn du das Beides miteinander verbindest Und sagst Du ich weiß Du hast Sorgen Und du weißt auch nicht Ob du dein Geld wieder bekommst Oder nicht Das haben wir auf dem Schirm Darum kümmern wir uns Und zweitens ist Ich kann es dir aber einfach noch nicht sagen Weil es momentan keiner Ähm In irgendeiner Art und Weise Voraussehen kann Was in den kommenden Wochen passiert Aber wir halten dich Bei Veränderungen auf dem Laufenden Ich glaube dann ist denen meistens Schon damit geholfen Da muss nicht abgesagt werden Da muss nicht verschoben werden Oder sonst irgendwas Das sind Das habe ich gestern gelernt Das war mir auch nicht so bewusst Viele viele rechtliche Aspekte Die da im Hintergrund Äh Verschwinden Was auch dann letztendlich Das Thema unter anderem Amtshaftung Oder Staatshaftung angeht Oder das Thema Ähm Ja Schuldnerlast oder etc. Ähm Was da im Hintergrund schwinden Aber einfach mal dem Kunden zu sagen Du Ich weiß Du machst dir gerade Gedanken darüber Ich mir auch Aber ich kann dir nicht sagen Was passiert Ich glaube dann sind Ein Großteil der Kunden schon Dass du immer den Nörgelkopf Noch da drunter hast Alles Das ist Das ist Das glaube ich Kann man nicht ausblenden Aber so grundsätzlich glaube ich Ist der Kunde an dieser Stelle Erstmal beruhigt Äh Du gebe ich dir vollkommen recht Im Endeffekt spiegelt das Ziemlich genau Die eigentlich Oder so wie ich es Kennengelernt habe Und zuletzt auch gehört habe Die einzig richtige Krisenkommunikationsstrategie Wieder Äh Ich war Ende letzten Jahres Auf einer Veranstaltung Wo auch jemand war Der sich auf Krisenkommunikation Spezialisiert hat Und äh Der sagte auch In diesem Vortrag Äh Am Beispiel von Äh Von irgendein Ich glaube von Von Air Liquide Oder sowas Ähm Da war ein Lkw Entladen worden Und ähm Die Entladung Fand quasi direkt Neben der öffentlichen Straße Statt Wo einfach nur Ein Stabgitterzaun stand Und die Entladung Da war Da war nichts gefährliches Aber die Entladung Hatte nun mal zur Folge Dass ähm Ziemlich viel Dampf ausgetreten ist Was irgendwie mit dem Prozess Zusammenhing Ich kriege es nicht mehr Ganz zusammen Hat aber dafür gesorgt Dass die halbe Straße Eingenebelt war Und du das relativ weit Gesehen hast Ähm Die Leute haben dann Natürlich spekuliert Dass da weiß ich nicht Irgendwelche gefährlichen Gase austreten Ähm Und ich glaube Die Firma hatte Es versäumt Einfach mal Eine Info zu geben Mit Ey Leute Das ist quasi nur In Anführungszeichen Wasserdampf Das ist nicht gefährlich Passt einfach nur auf Wenn ihr die Straße lang fahrt So nach dem Motto Äh Und er Seine Ich sag mal Die Zusammenfassung Seines Vortrages Auch mit diesem Beispiel War dann Krisenkommunikation bedeutet Ähm Salopp gesagt Haut raus Was ihr raushauen könnt Also Keine Kommunikation Ist schlechter Als irgendeine Kommunikation Weil er auch sagte Das Problem wäre gelöst gewesen Wenn diese Firma Einfach gesagt hätte Hey Jungs Passt auf Wir entladen einfach Gerade nur Das und das Das ist für euch Nicht gefährlich Das was ihr seht Ist auch nicht gefährlich Sondern das Ist einfach der Der Prozess der Entladung Der da gerade stattfindet Ähm Witzigerweise Um mal die Weitreiche eines solchen Vortrages zu demonstrieren Sprach danach Ähm Eine Geschäftsführerin Äh Auch von einem solchen Gastransport Äh Unternehmen Ich kriege den Namen Leider nicht mehr zusammen Die sich hinstellte Sagte Ja Der Vortrag war super Naja Sie ist ja auch Geschäftsführerin Also wenn sie so einen Fall hätte Sie würde auf Sie würde definitiv Nicht an die Öffentlichkeit treten Oder auch nicht vor die Kameras Weil das kann sie einfach nicht So Dann habe ich mich Mit meinen Kollegen angeguckt Und dachte uns auch so Sag mal hast du gerade Irgendwie den Vortrag nicht verstanden Weil im Endeffekt Sie ja genau das widersprach Was Äh Was die vorherige Aussage war Selbst wenn ihr nichts zu sagen habt Also nichts Ernsthaftes Dann sagt zumindest Dass es nichts gibt Oder dass ihr daran arbeitet Eine vernünftige Aussage zu treffen Und ich glaube Eine TUI Obwohl ich weiß Dass die ein Krisenmanagement haben Ähm Ich Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck Dass einige Firmen Noch nicht richtig verstanden haben Dass das eine Krise ist Beziehungsweise Was Krisenarbeit in dem Fall bedeutet Und ich glaube Genau daran hapert es auch Dass ein TUI Sich nicht hinstellt Und sagt Hey Leute Ähm Pass mal auf Wir wissen momentan nicht Ob wir den Urlaub Im August stattfinden lassen können Oder nicht Äh Da kannst du es dir ganz einfach machen Indem du schreibst Wir arbeiten mit den Behörden zusammen Um rauszufinden Ob wir das und das machen können Witzigerweise Ähm Der BER Sollte jetzt mit dem Probebetrieb anfangen Jetzt Ende April Ich hatte mich dafür auch eingetragen Und selbst der B Selbst die Die Organisatoren Für diese Für diese Probetage da Haben es geschafft Auf ihrer Internetseite zu schreiben Wir sind im Kontakt mit den Behörden Um zu gucken Ob wir diese Termine Die wir gestellt haben Und für die sie sich angemeldet haben Ob wir die unter irgendwelchen Auflagen Oder in irgendeiner Form halten können Und da kam jetzt mit der Veröffentlichung Oder der Empfehlung der Bundesregierung Mit den neuen Maßnahmen Kam eine E-Mail Wo drin stand Derzeit können wir das leider so nicht machen Wir müssen den Termin verschieben Es tut uns sehr leid Wo ich sage Ey Die haben es begriffen Und die kriegen eine vernünftige Kommunikation hin Warum schaffen das viele andere nicht Also insofern glaube ich Dass es da Dass auch noch viele Geschäftsführer Einfach Angst vor diesem Begriff Krise haben Dass sie Wenn die Krise hören Sofort denken Scheiße Mein ganzer Laden geht jetzt den Bach runter Am besten gucke ich mal Dass ich den Tresor noch leer kriege Und meinen Porsche um die Ecke fahre Damit mir nichts passiert Und dann gucken wir mal halt Was von dem Unternehmen übrig bleibt Ich glaube die haben noch nicht ganz begriffen Dass manchmal es einfach Sinnvoll und wesentlich Erleichternd In Anführungszeichen Für alle wäre Wenn sie einfach schreiben Hey Wir sind dran Momentan können wir nicht sagen Oder Selbst wenn die TUI sagen würde Hey Wir arbeiten dran Sie können damit ja nicht den Fehler machen Dass sie am Ende eine Unwahrheit gesprochen haben Ne Das ist ja letztendlich Genau Aber ich gebe den Kunden Die Genau Da sind sie ja im Vergleich zu Ich sag mal Zu einem Chemieunternehmen Oder zu einem Chemiewerk Sind sie da in einer Komfortablen Situation Weil die können einfach sagen Wir reden mit den Mit den Mit den Behörden Und wir tun unser Möglichstes Um diesen Urlaub zu realisieren Wir können es nur nicht versprechen Hast du ja eine bessere Situation Als wenn du dich als Chemieunternehmen Hinstellst Sagst du ja Bei uns kommt gerade eine Grüne Flüssigkeit aus den Werken Macht euch aber keine Sorgen Das ist nicht gefährlich Und 20 Minuten später Sagst du gut Es sind 300 Menschen gestorben Es hätten aber auch 500 sein können Genau Weißt du Da bist du ja in einer beschisseneren Situation Und das Problem hat Oder sehe ich bei TUI nicht Ich bin da jetzt nicht der Fachmann für Aber das Problem sehe ich bei TUI nicht Die haben eine bessere Situation Und sich hinzustellen und sagen Wir tun alles dafür Damit der Urlaub stattfinden kann Ist ja immer schon mal was besseres Als zu sagen naja wir sagen gar nichts Genau Ich möchte gerne was zu dir sagen Weil du gerade was ganz 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 Wichtiges Und ganz Interessantes gesagt hast Diese Sorge vor Bei Geschäftsführern und Vorständen Vor Krise Ich gebe dir da recht Also gebe ich dir zu 100% recht Und ich glaube auch Das liegt neben den Gründen Die du genannt hast Auch daran Dass Krise einfach negativ besetzt ist Auf der einen Seite Das liegt im Ursprung des Wortes Ja aber ich glaube auch Also ich bin auch ein Freund Vom Krisenmanagement Weil ich dann einfach auch die Chancen Also ich komme ja in eine Situation Wo ich dann eben letztendlich Auch eine Chance habe Darauf zu reagieren Beziehungsweise auch Ich sage es immer so schön Oder das ist das Credo Von Lage Menschen Vor die Lage zu kommen Also ich kann Maßnahmen planen Ich bin in einer Situation Wo in den meisten Fällen Geld keine Rolle spielt Kaum eine Rolle spielt Und ich habe die wichtigsten Entscheidungsträger an meinem Tisch So dass ich tatsächlich Mit einer vernünftigen Vorbereitung Auch wirklich für das Unternehmen Entscheidungen treffen kann Das ist der eine Punkt Der zweite Punkt ist glaube ich Warum die meisten sich damit Einfach schwer tun Ist wie oft Im Jahr In einer Dekade In einer Generation Hast du denn als Unternehmen Tatsächlich mit Risiken Mit Krisenmanagement Mit Risiken hoffentlich öfters Wenn du vor allem Risikomanagement Zertifiziert bist Aber hast du denn tatsächlich Mit Krisen überhaupt zu tun Für die meisten ist das ja Eigentlich ein Thema Was in den seltensten Fällen kommt Und ich finde das ganz interessant Was wir beispielsweise Auch gesehen haben Nach dem German Wings Absturz 2015 Wo Einfach man Bei Bei German Wings Relativ lange In seiner Schublade Zu liegen gehabt hat Naja Krisenstab So und so Wird das funktionieren Es wird Vielleicht auch mal geprobt Aber Proben und Übungen Sind ja immer Realsituationen Natürlich Zwinker Zwinker Ironie Smiley Also das Funktioniert da schon alles Und in der Krise Stellst du dann bei German Wings fest Naja Dass der Krisenmanager Der Haupt Der Leiter des Krisenstabes Ist Der Vorstandsvorsitzende Das hat in den Jahren zuvor Bestimmt die 10 15 Jahre zuvor Hat das auf dem Papier Und in den Übungen Super geil ausgesehen So Das Problem ist aber nur Wenn du so eine Situation hast Wie German Wings Absturz Da in Beim Flug Falls sich diejenigen erinnern 24. März Von Barcelona nach Düsseldorf Der in Frankreich Ja dann Offensichtlich Also nicht offensichtlich Sondern Vorsätzlich Ja in Berge gesteuert wurde Der Pilot Der Selbstmord Oder erweiterten Selbstmord Oder Suizid begehen wollte Genau Ja das Blöde ist aber einfach nur Wenn du so ein tragisches Ereignis hast Wie Wie so eine Situation Und auf deinem Papier Ist alles super geplant Aber Der Vorstandsvorsitzende Sitzt nicht im Krisenstab Weil der wird da auch nie sitzen Weil der wird gefragt sein Vor den Kameras Der muss mit den Angehörigen sprechen Der muss Der muss Interviews geben Der muss nach außen Das Bild repräsentieren Ja wer trifft denn dann Die Entscheidungen Und ich glaube Das spielt alles so eine Rolle Man hat Angst davor Das ist negativ besetzt Die Chancen werden nicht wahrgenommen Und ich glaube grundsätzlich Wir haben Sicherlich ein Fluch Und ein Segen zugleich Wir haben Eine glückliche Lage Dass wir wirklich Selten Tatsächlich in den klassischen Krisenmodus reingehen Bei vielen Unternehmen Bei großen Unternehmen Vor allem Aber wenn es dann kommt Wissen wir gar nicht Ob die Papiere Die da mal erstellt wurden Tatsächlich sinnvoll sind Und funktionieren Ja also Ich habe bei der Bei diesem Bei diesem German Wings Vorfall Was die Kommunikation angeht Oder beziehungsweise Du hast jetzt Von Krisenmanagement gesprochen Aber auch was die Kommunikation angeht Finde ich haben sie auch In meinen Augen Zumindest damals In Bock geschossen Ich kann mich da noch Sehr gut dran erinnern Weil ich mich da Mit meiner Familie In den Haaren hatte Das war relativ zu Anfang Als noch nicht viele Fakten Klar waren Da hatte German Wings Zumindest die Die Führungsebene Sich auf einer Pressekonferenz Hingesetzt Und hatte gesagt Naja der Pilot Hatte psychische Probleme Etc. pp. Und zu dem Zeitpunkt War noch überhaupt nicht klar Ob das jetzt wirklich Der Fall ist oder nicht Hatten da quasi Die komplette Schuld Die sie Mehr oder weniger hatten Direkt schon abgeschoben Das fand ich damals Kommunikativ echt schlecht Und moralisch verwerfbar Im Endeffekt Ob jetzt Absicht Oder ob Glück Keine Ahnung Haben sie dann ja Mit dieser Aussage Recht gehabt Dass der Psychische Probleme Gehabt haben soll Aber da kam ja gleich Die Gegend Entschuldigt ja nicht Warum sie ihn überhaupt Haben fliegen lassen Das wollte ich gerade sagen Das ist ja auch Kommunikativ einfach Diese Aussage Schwachsinnig gewesen Weil die Folgefrage Ja gewesen ist Okay warum habt ihr Den dann fliegen lassen Also was sind denn Die Mechanismen Die offensichtlich greifen Wenn ein Pilot Und ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube Er hat auch Der war ja auch Im psychiatrische Behandlung Ich glaube er hat es nur Nicht gegenüber seinem Arbeitgeber bekannt gegeben Ich erkläre nicht mehr genau nach Ich möchte jetzt auch nicht nachgucken Aber doch Ich bin der Meinung Der Arbeitgeber wusste das sogar Weil der durch irgendeinen Test Also durch irgendeinen Wiederkehrenden Test Nicht durchgekommen war Beim ersten Mal Oder auffällig gewesen war Und danach hat sich glaube ich Aber bei denen Keiner mehr drum gekümmert Oder irgendwie sowas Das war doch da noch Ganz dubios dann Aber das ist halt auch So eine Sache Wo ich sage Das ist keine vernünftige Kommunikation Und wie du sagst Hätten Vorstandsvorsitzenden In den Kriegchenstab zu setzen In der Hoffnung Dass er da Entscheidung trifft Halte ich so oder so Für die ziemlich Schlechteste Idee Die es gibt Weil ein Vorstandsvorsitzender Seine Entscheidungen Ja auf einer anderen Grundlage trifft Als ich sag mal Das operativ arbeitende Personal Es hat natürlich einen Vorteil Weil du da oben jemanden hast Der wahrscheinlich alles freigeben kann Was für den Konzern freigegeben werden muss Ja aber er wird es nicht tun Aber er wird es nicht Genau Und das ist das Was ich auch momentan Bei mir in der Firma erlebe Dass wir teilweise an Sachen Sitzen Diskutieren Und das nicht entscheiden Weil die Entscheidungsträger In der Regel immer Betriebswirtschaftliche Hintergründe haben Also auch Ich sag mal Ausbildungs- oder Erfahrungswerte Und da häufig die Frage gestellt wird Ja aber wovon soll ich das bezahlen Das habe ich nicht budgetiert Etc App und ein anderer Kollege Mit dem ich zusammenarbeite Wir sitzen regelmäßig nebeneinander Oder wir sitzen nicht nebeneinander Sondern wir sitzen beide vor dem PC inzwischen Und können es nicht fassen Dass Leute Die Entscheidungsgewalt haben Uns fragen Warum wir die Krise nicht budgetiert haben So Da kann ich nichts drauf antworten Das ist aber auch eine geile Frage Ja aber genau Also sagen sie mal Kollege Warum haben sie denn nicht in ihrer Glaskugel gesehen Dass wir jetzt Das ist es nämlich Du verstehst Also mit Sicherheit unsere Kollegen Oder die Leute die uns zuhören Zumindest die meisten davon Vielleicht auch die Die ihren gesunden Menschenverstand einzusetzen wissen Die werden jetzt alle geschmunzelt haben Oder auch so wie du Angefangen zu lachen So nach dem Motto Ja Wie soll ich dir denn erklären Dass du eine Krise einbudgetieren musst Wenn ich nicht weiß Wann die Krise kommt So Da sind wir beide uns einig Ja genau Das ist Schwachsinn Weil spätestens nach dem zweiten Jahr Wo nichts passiert ist Wird mein Chef sagen Nee Das nehme ich nicht mehr mit ins Budget auf Weil es ist einfach Geld Das ich nicht ausgeben Und das kriege ich nicht wieder Und ich muss das jedes Mal diskutieren Und wenn Ich wollte gerade sagen Ich habe gerade überlegt Ob man nicht sagt So ein Notfallbudget oder ähnliches Aber Ja also Jetzt seien wir doch mal ehrlich Ich bin mal echt gespannt Wo ich Habe ganz gute Kontakte Zum großen Unternehmen Die momentan einfach einkaufen Ohne eine Rechnung Jetzt mal aufzumachen Weil du einfach sagst Okay du kannst Krise nicht budgetieren Ich bin mal gespannt Was da am Ende des Tages Unterm Strich rauskommt Und ich glaube Wir sind überhaupt nicht In der Nähe Eines realistischen Budgets Selbst wenn du sagst Ey ich mache hier Weißt du 1,5 Millionen 2 Millionen Notfallbudget oder sowas Was ja vielleicht Ich sage mal Auch im großen Konzern Jetzt so ein Thema ist Wo du sagst Okay darüber könntest du Wirklich mal diskutieren In Anführungsstrichen Das wird 40 Millionen kosten Das wird vielleicht 50 Millionen Euro kosten Und das willst du Jedes Jahr einbudgetieren Weil ich vielleicht Das kannst du gar nicht Das kannst du gar nicht Und dann brauchst du auch Keine 2 Millionen Einkalkulieren Weil sorry 2 Millionen ist ein Tropfen Auf dem heißen Stein Genau Aber das was du Was du ja an dem Beispiel Das du gerade genannt hattest Mit die kaufen gerade Ohne auf die Rechnung zu gucken Zeigt ja im Endeffekt Eigentlich die Bestrebung In meinen Augen zumindest Korrigiert mich In den Kommentaren Durch eine E-Mail Wie auch immer Wenn ihr das anders seht Aber im Endeffekt Machen die ja genau das Wofür das Krisenmanagement Ausgelegt ist Nämlich sie nehmen Das Geld Ob sie es nur haben Oder nicht In die Hand Und versuchen vor die Lage Zu kommen Und weiteren Schaden Zu verhindern Wenn du aber dich hinsetzt Und quasi die Hände Über den Kopf zusammenschlägt Und sagst Aber das habe ich nicht Im Budget Das kann ich ja jetzt Nicht kaufen Machst du im Zweifelsfall Je nach Lage Und je nach Situation Machst du das Problem Ja aber eventuell schlimmer Jetzt haben wir es Das habe ich Meinen Kollegen auch schon Mehrfach gesagt Die Corona Diese ganze Corona Situation Ist eigentlich Die beste Möglichkeit Und vor allem Auch die sanfteste Möglichkeit Für alle Unternehmen Ihr Krisenmanagement Auf eine Probe zu stellen Weil du hast Relativ milde Auswirkungen In Anführungszeichen Also jetzt Was deine betroffenen Personen angeht Was so ein Pandemie Szenario angeht Weil deine Leute Sterben dir nicht Unter der Hand weg Sondern Bei den meisten Sind die Leute Wohlbehütet jetzt Also wohlbehütet Zu Hause Und können von zu Hause Arbeiten Und du kannst Dein komplettes Krisenmanagement Kannst du jetzt Eigentlich einmal Komplett durchspielen Funktionieren die Prozesse Funktionieren die Absprachen Die Verkettung Du kannst alles angucken Ohne dass du am Ende Da stehst und sagst Also das hat funktioniert Aber ich bin jetzt Pleite und insolvent Weil quasi meine Komplette Infrastruktur Meine kompletten Assets Alles Meine Anlagen Meine Einrichtung Sind alle komplett weg Und ich sterbe Sondern am Ende Dieser Pandemie Kommen alle wieder ins Büro Und du kannst Nahezu normal Weiterarbeiten Ich finde das ist Das beste Szenario Oder die beste Situation Die wir gerade haben Um sowas zu prüfen Moralisch ist das verwerfbar Dass ich jetzt sage Das ist die beste Situation Um was zu prüfen Aber du hast jetzt mal Ein reales Szenario Wo du nicht nur übst Und irgendwo An irgendeiner Stelle Sagt so Und Übungsstopp Wir hören jetzt hier auf Oder du schiebst dir das so Wie du es geil findest Dein Chef kann dir nicht Reinsprechen und sagen Na das finde ich aber zu hart Wir machen das mal Ein bisschen lockerer Sondern das ist einfach mal Ein reales Szenario Und du kannst alles abtesten Ob alles funktioniert Wie es funktionieren soll Und kannst daraufhin sagen Okay wir haben das In diesem Szenario getestet Und haben festgestellt Das und das müssten wir verbessern Dafür ist das die optimale Situation Nur das machen die wenigsten Weil viele sich halt hinstellen Und sagen so Okay wir müssen irgendwas machen Meine Mitarbeiter sind zu Hause Okay das Geschäft läuft Wir verdienen ein bisschen Geld Wir werden definitiv Am Ende des Jahres Nicht so gut dastehen wie vorher Naja drauf geschissen Aber wir gehen nicht insolvent Das ist so Da stelle ich mir halt Manchmal die Frage so Hey Leute Nutzt das doch Also nutzt das doch praktisch Dass du einfach sagst Hier komm Wir gehen jetzt Wir hauen jetzt mal voll auf die Kacke Was machen wir in dem und dem Fall Was machen wir in dem und dem Fall Funktionieren die Prozesse Funktioniert das Funktioniert die Absprache Kriegen wir da und da noch jemanden her Und da Ne Also Weißt du Mit milden Auswirkungen einfach Jetzt habe ich mal eine Frage an dich Also auf der einen Seite Finde ich das gut Dass wir Die letzten zwei, drei Darüber geschrieben haben Wir wollen keine einzige Corona-Folge mehr machen Und Wir machen ja keine Corona-Folge Wir machen ja eine Krisenmanagement Okay Finde ich Finde ich gut Aber Jetzt mal Jetzt mal im Ernst Ich kenne ja deine Meinung So im Grundsätzlichen Dass das Dass die Lernkurve des Deutschen Dass des einfachen Mannes Doch relativ flach ist Glaubst du Dass die Also Ich glaube dass die Lernkurve Beim einfachen Deutschen Keine Kurve ist Sondern eine Eine Gerade Von Punkt A Nach Punkt B Nicht mit positiver Steigung Weiter Danke für diese Anpassung Für diese Ergänzung Aber Es würde mich ja trotzdem Jetzt mal interessieren Glaubst du Wir lernen was Daraus Also was ist dein Gefühl Momentan Vielleicht auch bei dir Vielleicht kannst du das auch erzählen Ist das jetzt eine Situation Wo wir sagen Ey wir haben da Stift und Zettel Nebenbei Und fangen an Aufzuschreiben Was können wir verbessern Was können wir verändern Dass du in der Krisensituation Keine Anpassung machst Das ist völlig verständlich Das ist ja gemäß Lehrbuch Ja auch so In der Krise hast du zu verwalten Im Idealfall Vor die Lage zu kommen Aber du fängst jetzt nicht an Prozesse zu verändern Also es wäre wünschenswert Dass das genauso funktioniert Dass wir uns alle Also Dass die Bundesregierung Dass jedes Unternehmen für sich Etc pp Sich am Ende hinsetzt Und mal Ich sag mal Einen Strich drunter macht Und sagt Okay was ist gut gelaufen Was ist schlecht gelaufen Was müssen wir verbessern Das ist wünschenswert Meine persönliche Einschätzung Ist aber Dass das die allerwenigsten machen werden Oder dass es bei den allerwenigsten Stattfinden wird Ich bin mir aktuell Nicht mal wirklich sicher Ob das bei uns laufen wird Vermutung Die ich derzeit Für mein eigenes Unternehmen Wo ich tätig bin Im Hinterkopf habe Oder glaube Wie es ablaufen wird Wir werden alle wieder Im Büro sein Meine Chefs werden Auf mich zukommen Und auf meinen Kollegen Die wir jetzt Ich sag mal Den Hauptzeitraum derzeit Nur mit diesem ganzen Geschäft Oder mit dieser ganzen Situation Zu tun haben Die werden Das haben sie Werden sagen Das haben sie super macht Vielen Dank Lassen sie uns zusammen mal essen gehen So als Dankeschön Für die Zeit Und die Arbeit Die sie aufgewendet haben Ich denke So wird das ablaufen Und dann stehst du am Ende da Und denkst dir so Scheißen sie mal Auf dieses Essen Investieren sie das Geld Lassen sie es mal hier Vernünftig aufarbeiten Weil das wäre ja sinnvoll Auf der anderen Seite Stellt sich Selbst wenn Das passieren würde Dass meine Chefs Sich mit mir hinsetzen Vielleicht auch noch Geschäftsführer Und weiß ich noch Wer da alles dazu kommt Selbst wenn wir uns Zusammensetzen würden Und sagen Okay Wirklich mal Hand aufs Herz Was ist schief gelaufen Was ist gut gelaufen Bin ich mir heute nicht sicher Dass ich Ich sag mal So frei Heraussagen würde Passt auf Folgende Dinge Sind so beschissen gelaufen Das müssen wir nächstes Mal Definitiv besser machen Und mein Kollege und ich Mit dem ich hauptsächlich Zusammenarbeite Wir haben so ein paar Punkte Wo wir sagen Das ist nicht nur Schlecht gelaufen Und Oder wie man das ja Unternehmenspolitisch Richtig formuliert Da ist Verbesserungspotenzial Zu sehen Sondern Dass wir wirklich sagen Das ist einfach nur Scheiße gelaufen Und das muss definitiv Anders laufen Beim nächsten Mal Und ich glaube nicht Dass es diesen Punkt Geben wird Und ich glaube es gibt Nur wenige Unternehmen Die erkennen Was sie aus dieser Situation Oder aus dieser Pandemie Krise Wie auch immer du das Nennen möchtest Die erkennen Was für ein Potenzial Sie daraus mitnehmen können Um Beim nächsten Mal Gewappnet zu sein Und ich vermute mal Das werden Größtenteils Unternehmen sein Die Die diese Situation Nicht so einfach überstehen Wie größere Konzerne Oder größere Firmen Die Weiß ich nicht Nicht so stark betroffen sind Weil sie Rücklagen gebildet haben Weil sie Nicht im starken Fokus liegen Hier Eine Softwarefirma Zum Beispiel Der kann es scheißegal sein Ob sie zu Hause sitzen Oder nicht In Anführungszeichen Vielleicht sehen die ja auch Zu den Gewinnern Das darfst du ja auch Ja genau Und ich glaube da wird es Eher kleinere Und weniger Firmen Firmen Unternehmen Personen Selbstständige geben Die Für sich feststellen Okay das ist Ziemlich doof gelaufen Muss das nächste Mal Anders laufen Da müssen wir jetzt Was verändern Aber ich glaube Gerade so bei großen Playern Denke ich mal Wird das in der Regel Eher so ein Schulterklopfen werden Von wegen Ey die Situation Haben wir gut gemeistert Und am Ende Sitzen Quasi die operativen Kräfte Darunter Die den Kopf Schütteln Und am liebsten Gegen die Wand Laufen würden Weil sie sagen Wir sind nicht Vor die Lage gekommen Wir haben nichts Von dem abgespielt Was wir parat hätten Wir haben quasi Überhaupt gar keine Entscheidung getroffen Das hat alles nicht Ja momentan Seit dieser Ankündigung Die die ja verkauft Theoretik Ja das ist Der ein oder andere Ich glaube Einfach dumm Andere Unternehmen Anfängt zu sagen Okay Waren vielleicht Und produzieren Ähnliche Situation Und dann würde ich sagen Ich glaube da ist Nicht nur von der Lernkurve her Aber man würde sagen Okay Das was wir bisher machen Hat gut gegriffen Und hat gut funktioniert Und von daher Machen wir erstmal so weiter So kann es laufen Wie gesagt Es ist ein sehr negatives Bild Kann ich verstehen Beziehungsweise In meinen Augen Ist es ein sehr realistisches Bild Wie es ablaufen wird Ähnlich wie mit Wir haben gemerkt Altenpfleger, Kranken Oder Mitarbeiter In der Gesundheitsversorgung Sind systemrelevant Wie es so schön heißt Dann bezahlt sie doch auch mal Systemrelevant Ich glaube nicht Dass das passieren wird Weil man Also weil die Leute Die sich entscheiden können Oder die das Geld Dafür in die Hand nehmen sollten Nach dieser Pandemie Sich sagen werden Ist ja super gelaufen Dann machen wir jetzt So weiter wie vorher Leider Wie gesagt Ich hoffe dass es anders läuft Also nichts würde mir Besser gefallen Als wenn meine Worte Lügen oder falsch Ich lasse mich gerne Ja Ich lasse mich auch gerne Positiv überraschen Ich habe ich überhaupt nichts gegen Wenn meine ganzen Chefs Ankommen sagen So jetzt hauen sie mal Wirklich Auf Auf Häufel komm mal raus Raus Was hier Richtig mistig Gelaufen ist Okay finde ich super Machen wir sofort Aber ich Weißt du wie es Worauf es hinauslaufen wird Weil ich das von so vielen Jetzt gehört habe Die in Entscheidungs- und Verantwortungspositionen sind Jeder der so der Position ist Sagt zu mir Ey wenn das Ding vorbei ist Ich gehe erst mal Vier Wochen in Urlaub Und das wird eigentlich glaube ich Und das wird eigentlich glaube ich Der Hauptfehler sein Dass alle die jetzt in Verantwortungspositionen sind Danach in Urlaub gehen Vier Wochen zurückkommen Die Welt dreht sich weiter Und mit ganz anderen Neuen Konflikten Problemen Konfrontiert sind Sodass sie gar nicht die Zeit Haben werden Bestimmte Themen aufzuarbeiten Und vier Wochen Ja da kann man auch viel vergessen Ich glaube das Das wird ein Mix aus allem sein Aber wie gesagt Ich lasse mich gerne Positiv überraschen Schauen wir mal Schauen wir mal Wie es ausgeht Das sind ja alles Reine Spekulationen Genau Überlegungen Überrascht wurde ich nicht Um diesen Übergang Ich habe die Luft angehalten Überrascht wurde ich nicht Dass die Das ist eigentlich ein trauriges Darüber sollte man auch nicht lachen Aber das will ich nochmal kurz andeuten Dass nach zehn Jahren Oder ein bisschen weniger als zehn Jahren Aber zumindest nach zehn Jahren Nach dem Ereignis Die Staatsanwaltschaft Dem Vorschlag Des Duisburger Landgerichts Gefolgt ist Die Einstellung des Love Parade Urteil Prozesses Jetzt auch Umzusetzen Das heißt Wir werden Sind dort tatsächlich Ohne Sachverhaltsaufklärung Ohne konkrete Sachverhaltsaufklärung Ohne konkreten Schuldigen Bei 21 toten Menschen Und 652 Verletzten Menschen Hier rausgegangen Ich finde Das ist ein Echtes Wirkliches Armutszeugnis Gibt es eine Begründung Warum man Also Warum überhaupt vorgeschlagen wurde Den Prozess einzustellen Und warum die Staatsanwaltschaft Diesem Vorschlag Jetzt gefolgt ist Oder das Landgericht Weil Ich gucke jetzt mal Nebenbei Tatsächlich nochmal nach Ähm Aber ich Soweit ich das Gelesen habe War Der Grund dafür Dass letztendlich Die Die Ergebnisfindung Und sowas Muss ja auch immer belegt werden Auch Also Beziehungsweise Wenn es vom Landgericht kommt Dann kannst du Also vom Gericht selber Ähm Hatte man Was hatte man als Grund Ne Siehst du Ich wäre auf dem Falsch Gut dass ich nochmal nachgeschaut habe Ähm Als Grund gab das Gericht Terminprobleme Wegen der Infektionsgefahr Mit dem Coronavirus an Schreibt der Spiegel Verhandlungen können zur Zeit Nur eingeschränkt stattfinden Da mehrere Beteiligte Zur Risikogruppe gehörten Heißt das in einem Schreiben des Gerichts Für den Fall einer Fortführung Wäre mit einer erheblichen Dauer Des weiteren Verfahrens zu rechnen Das Ja aber das ist doch keine Begründung Also Entschuldigung Dass man Also das hat man ja schon öfter Gehabt Also ich Das hat Der Spiegel hat das verkürzte Tagesschau Die Tagesschau Schreibt das ein bisschen länger Aber Urteil Also die Begründung ist Urteile seien deshalb Bis zur drohenden Verjährung Ende Juli 2020 Zehn Jahre Kaum zu schaffen Meint das an Landgericht Duisburg Und will das Verfahren Deshalb einstellen Das ist doch Ja aber das ist doch trotzdem Das ist doch Äh Das ist doch quasi Ein Schlag Oder eine Ohrfeige Für jeden Angehörigen Der eine Verletzung Oder auch für die Nur für die Verletzten Äh Die es da gab Aber auch für jeden Angehörigen Von einem Äh Dort verstorbenen Von einer dort verstorbenen Person Weil ich kann mich erinnern Das hatten wir Vor Jahren schon mal Da ging es Genau Das habe ich bei meiner Äh Das habe ich letztens In der Dokumentation gesehen Da ging es um die Sogenannten Mauerprozesse Nach Ähm Der Wiedervereinigung Der BRD Ähm Da wurden auch Prozesse Äh Ja geführt Wegen der Mauertoten Also der Leute Die versucht hatten Über die Mauer zu flüchten In deren Unter anderem In deren Entstehungszeit Und die dann Auf Schießbefehl Erschossen wurden Ähm Und da gab es Ich weiß leider nicht mehr Genau wen Ich glaube es war nicht Honecker Aber sie haben Irgendwen Irgendwen Aus der Führung Hatten sie auch Vor Gericht gestellt Und da sagten sie in der Dokumentation Dass ähm Äh Es da nie zu einer Abschließenden Verhandlung gekommen wäre Oder zu einem Urteil gekommen ist Weil man aus Gesundheitsgründen Des Angeklagten Ähm Die Äh Die Verhandlung Quasi dann Ja auch Ähm Quasi eingestellt hätte Wo dann einer Äh Ein Überlebender Äh Oder ein Verwandter Eines dort Verstorbenen Auch sagte Das war ein Schlag ins Gesicht Als man ihm das Also als er das mitbekommen hat Weil es halt nicht sein kann Dass solche Leute Wegen Vermeidlicher Gesundheitlicher Probleme Äh Nicht der Prozess gemacht wird Und ich finde Das ist hier Eine ähnliche Situation Sich hinzustellen Zu sagen Naja Wegen Corona Können wir jetzt Gerade nicht weitermachen Und das wird dann halt Ein bisschen länger dauern Ey Leute Ihr braucht schon seit Zehn Jahren dafür Rauszufinden Äh Wer dafür schuldig Will Ist Und in welchem Maß Und jetzt wollt ihr euch Wirklich die Krise Als Ausrede dafür nehmen Dass ihr das nicht noch Länger ziehen wollt Also das ist schon Weiß ich nicht Aber das ist wieder Dieses typische Beispiel Von Oder Da werden jetzt die ganzen Verschwörungstheoretiker Und die ganzen Deutschland GmbH Leute aufspringen Und auch wieder sagen Dass es Da kapituliert Der Rechtsstaat Vor allen anderen Sachen Also das Ist kein Finde ich nicht gut Ja also Ich glaube Das Problem ist ja letztendlich Wie wir das in vielen Anderen Situationen haben Und ich finde Da schließt sich auch Der Kreis Die Krise ist doch Hier nicht das Problem Die Krise ist doch Auch nicht das Problem Das BDSW Der jetzt sagt Oh wir haben jetzt Plötzlich neue Aufträge Ähm Und deshalb brauchen wir Ein Urteil sprechen Könnten Die Anklage erhoben haben Also dann kann es doch Jetzt nicht verjähren Also das ist doch Quatsch Vielleicht habe ich auch Was falsch verstanden Und ich irre mich gerade Aber Das sind so Manchmal Momente Die einen irgendwie Ein bisschen zweifeln lassen An verschiedenen Sachen Hier bei uns Die Verjährungsfrist Beginnt mit der Beendigung der Tat Also sobald die Tat Gänzlich abgeschlossen ist Und da der Taterfolg Eingetreten ist Ja aber ich bin der Meinung Dass die Verjährung Nicht eintreten kann Wenn du ein Laufendes Verfahren Dazu hast Also ein laufendes Gerichtsverfahren Ich überfliege das Gerade hier mal Rechtlich Aber nein Während eines Gerichtsverfahren Läuft die Verjährung fort Also müsste man Wahrscheinlich nochmal gucken Welcher Fall das war Mit Wo sie Das Gerichtsverfahren Angefangen haben Damit es keine Verjährung gibt Also alles in allem Ist es aber Eine Scheidende Traurige Eigentlich ist es wirklich Ein Armutszeug Ja genau Das auf jeden Fall Das Einzige was ich so Zumindest Da bin ich letztendlich Kein Profi drin Da will ich mich auch Nicht anmaßen Profi zu sein Aber ich glaube Dass wir zumindest das Was sich im Veranstaltungsbereich getan hat Tatsächlich im Gegensatz Vielleicht zu Corona Aber lassen wir uns da mal Überraschen So ein einschneidendes Erlebnis Schaden Schaden Ich glaube Ich glaube weniger Ich glaube weniger Dass es darum geht Dass ich eine einzelne Person Im Knast sehen will Wobei ich sage Wenn er den Die Hand darauf hatte Und Soweit mir bekannt Auch noch aus dem Studium Weil wir das da auch behandelt hatten Gab es Dokumentierte Hinweise Für die Entscheidungsperson Dass die Veranstaltung So wie sie dort geplant ist Nicht stattfinden kann Oder aus Sicherheitsgründen Nicht stattfinden sollte Und man diese ignoriert hat Ja Dann will ich den auch im Knast sehen Weil er In meinen Augen Billigend Und vorsätzlich In Kauf genommen hat Dass Menschen dabei Zu Schaden kommen Und im Zweifelsfall Auch sterben werden Genau das ist eingetreten Und diese Person Muss in meinen Augen Dafür mehr haften Als nur mit Ja verdammt Jetzt muss ich Mein ganzes Leben Damit zubringen Daran zu denken Dass die Leute Eventuell wegen mir Umgekommen sind Weil ich nicht glaube Dass die Person Genau diesen Gedankengang hat Und weil Es zwar moralisch fraglich ist Ob man eine Person Noch weiter bestrafen muss Wenn sie sowas miterlebt hat Ich aber der Meinung bin Dass die Moral In der Hinsicht Das Recht Oder das Rechtssystem Nicht aushebeln darf Mit Naja dem ist jetzt Sowieso schon Geht es sowieso schon schlecht Da müssen wir den nicht Noch doppelt bestrafen Doch Müssen wir Weil einfach Klar sein muss Der hat Scheiße gebaut Und dafür muss er Nun mal Sein Mann stehen Oder Muss er den Kopf Für hinhalten Wie auch immer Aber ich Auch schon alleine Den Verbliebenen Zugute Oder Für die Damit für die Eindeutig klar ist Ey Dein Sohn Dein Mann Dein Freund Wer auch immer Deine Tochter Die sind Die sind nicht Krepiert Weil alle Das wird immer so Bleiben Dass Angehörige Sagen Ey wir wissen nicht Ob wir uns Falsche Haltnahmen Für uns ist klar Dass der das Dass der da falsch Entschieden hat Aber Im großen Ganzen Wirst du immer Jemanden haben Der sagt Ne 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 Das ist nie so Nie so geurteilt worden Das ist nicht geklärt Da ist gar nichts Das ist quasi Schuld von allen Anderen So nach dem Motto Aber willst du da Wirklich jemanden Dann haben Der einfach Der der Letztendlich Natürlich kann man Sagen Wer wenn ich als Einfacher kleiner Sachbearbeiter Das unterschreibe Und genehmige Dann Ich hätte es auch Nicht machen müssen So Das ist ja Steht ja außer Frage Aber das Konstrukt Das ja dort hinter steht Und das ja zumindest Mit den anderen Geführten Prozessen Sicherlich nicht Strafrechtlich relevant Und zivilprozesslich Wobei zivilprozesslich Strafrechtlich relevant Jetzt nicht unbedingt Im Kern Zwangsläufig Geahndet wurde Ob das Also willst du Damit du jemanden hast Den Den kleinsten Fisch Nehmen Wenn du an Die Großen Strukturen Die eigentlich dazu Geführt haben Nicht rankommst Naja was heißt Den kleinen Fisch Also wenn ich mich Nicht irre Einer der Angeklagten War ja glaube ich Der damalige Bürgermeister Der Stadt Duisburg Ja Und dem hatte man Unter anderem Ja auch vorgeworfen Er hätte über Mängel hinweg gesehen Und quasi hinweg entschieden Mit der Begründung Dass er seine Stadt Profilieren Beziehungsweise die Veranstaltungen Seine Stadt holen wollte Um Duisburg Ich sag mal Marketingtechnisch Ein bisschen aufzuwerten Ich finde Ich finde nicht Dass du da Einen kleinen Fisch Erwischst Sondern ich finde Dass du da Eine Mehr oder weniger Volk gewählte Person erwischst Nicht im Sinne Des Volkes Geurteilt hat Oder Entschieden hat Wie auch immer Und ich finde Sowas muss man bestrafen Ja aber wenn ich mal gucke Ich glaube von Von Einen Dutzend Oder mehr als Einen Dutzend Angeklagten Sind am Ende Das Tages Drei Übrig geblieben Waren das drei Ja sind drei Angeklagte übrig geblieben Die wohl Die kleinsten Äh Fische sind Man hatte bereits Äh Die Die anderen sind ja alle Entweder abgetrennt worden Oder raus Ähm Schon Ähm Ja Letztendlich nicht mehr Ähm Oder sind freigesprochen worden So Äh Also von daher Also Jetzt Ja es ist eine doofe Situation Ist es Also wie gesagt Ich bin der Meinung Allein für Genugtuung Der Also Genugtuung auch nicht im Sinne von Haha wir kriegen unsere Rache Sondern Im Sinne von Dass man damit vernünftig abschließen kann Im Sinne der Hinterbliebenen und der Angehörigen Hätte ich es Für Mehr als notwendig erachtet Dass es da ein Urteil gibt Und Ich bin der Meinung Das Urteil hätte auch In keinem Fall ausfallen dürfen Mit Ihr seid freigesprochen Weil Ja Schuld eigene So nach dem Motto Ähm Aber gut Wir entscheiden es nicht Wir können zwar unsere Meinung Zu sagen Aber wir können es leider nicht Entscheiden Ähm Es ist keine Sternstunde Des deutschen Rechtssystems Was Was da gerade passiert Oder was da gerade passiert ist Um das mal so Abschließend zu sagen Mhm Kommen wir aber von Äh Einer Schattenstunde Des deutschen Rechtssystems Zu Ja ich nenne es mal Zwei Sternstunden Ähm Auf Eher Ja Internationaler Ebene Äh Zum einen hätten wir das Äh Den EuGH Ja also den Europäischen Gerichtshof Der hat nämlich am 8. April Entschieden Dass äh Polen Sein Gesetz Für die Disziplinierung Von Richtern aussetzen muss Und zwar Regiert in Polen Aktuell Ja die PIS-Partei Oder die Die PIS-Regierung Ähm Die ja National konservativ Eingestellt ist So wird es hier jetzt bezeichnet Die ich glaube In anderen Medien Wohnen die auch schon mal Als rechts bezeichnet Bleiben wir bei national konservativ Und äh Die sind ja durchaus auch dadurch In die äh Medien gekommen Dass sie Ich glaube die hatten auch Lehrer entlassen Oder ausgetauscht Und zuletzt war ja die Sache Dass sie äh Richter ausgetauscht hätten Und man jetzt die Sorge bekommen hatte Innerhalb der EU Dass äh Polen anfängt Mit einem Rechtsruck Ähm Den Die Demokratie so umzubauen Dass es quasi den Nationalkonservativen In die Hände spielt Und dass es auch so läuft Wie sie sich das vorstellen Dazu wurde ähm 2017 von der PIS-Regierung Ein äh Gesetz erlassen Das es erlaubt Richter Die ich glaube Falsche Entscheidung Oder also nach Nach Ansicht der Partei Falsche Entscheidung trifft Äh Oder sich falsch verhält Weil sie Ich weiß nicht Interviews geben Wie auch immer Dass diese diszipliniert werden dürfen Und damit hatte man Ähm Ähm Quasi festgestellt Dass die Dass die Judikative In Polen Nicht mehr unabhängig Sein würde Und hatte Ähm Da hatte die Europäische Kommission Sogar Ein Antrag Beim EuGH Eingereicht Und jetzt hat man Entschieden Dass Ähm Diese Reform Dass diese Regelung Mit den Disziplinarverfahren Für die Richter In ihrer jetzigen Form So Ähm Nicht statthaft ist Und dass sie Ausgesetzt werden muss Ähm Leider Wenn ich das hier Gerade so sehe Steht hier nicht Was jetzt die Genauere Ähm Konsequenz Daraus ist Also ob Polen Dieses Gesetz So abändern muss Ob dieses Gesetz Komplett verboten werden muss Das steht hier leider nicht Hier steht nur Dass sie ihr Ihr Disziplinargesetz Quasi erst einmal Aussetzen müssen Was auch immer Das genau heißt Also gehen wir mal Davon aus Die Richter werden Können jetzt Dürfen nach diesem Gesetz Jetzt nicht mehr diszipliniert werden Ob das jetzt bedeutet Dass Polen nur drei Sätze ändern muss Damit es dann wieder Passt Ähm Sei jetzt mal Dahingestellt Aber ich finde das ist schon mal Zumindest ein Schritt In die richtige Richtung Dass Ähm Der EuGH sich hinstellt Und sagt So Jungs So funktioniert das dann Aber alles Dann doch nicht Es ist ein Zeichen dafür Finde ich auch Dass Europa Äh Tatsächlich noch Nicht ganz gestorben ist Sondern In bestimmten Zügen Doch noch seinen Seinen Grundwerten Ähm Entspricht Ja vor allem auch mit dem Hintergrund Man hatte ja Ich glaube aus der Ukraine Bzw. so aus den Aus den baltischen Staaten Hatte man ja Europa In Zentraleuropa Schon öfter Oder mehrfach Die Angst Dass da jetzt so ein Rechtsruck aus dem Bereich kommt Weil da ja sehr viele Konservative Parteien Gewählt wurden Ähm Und ich finde das ist ein Ein guter Konterpart dazu Dass man sagt Ja Auch wenn es da Konservative Parteien gibt Die ihre Länder vielleicht Ein wenig stärker abschatten wollen Als die EU Der Der Gedanke der EU Das vorsieht Ähm Ist die EU noch nicht An dem Punkt Dass man sagt Ja dann macht das halt Und uns ist egal Beziehungsweise Pech gehabt Ähm Sondern dass man Äh Dass man dagegen hält Sage ich mal Und das finde ich Finde ich schon sehr Äh sehr gut Das andere Was ich gerade meinte Ist Dass die Die OPCW Jeder weiß natürlich Was die OPCE ist Nein Quatsch Die OPCE ist die Organisation Äh Für das Verbot Chemischer Waffen Ähm Die OPCE Äh OPCW Entschuldigung Ähm Hat Auch am 8.4. Sehe ich gerade Also am gleichen Tag Ähm Ähm Äh Äh Die Das Äh Asad Militär Für die Giftgasangriffe In Syrien 2017 Ähm Verantwortlich gemacht War Hatten die Hatten die Hatten die eine Ermittlungskommission Eingesetzt Die untersuchen Sollten Wer der Schuldige Ist Ähm Dass es da Zu diesen Äh Zu diesen Angriffen Zu diesem Einsatz von Chemischen Waffen Ankam Und da hatte man Hatte ja Ich glaube Russland hatte Damals gesagt Ne Die waren es Nicht Syrien hat dann Gesagt Doch Die waren es Und da gab es Ja auch ein Hin und Her Und äh Jetzt wird hier aber Geschrieben Dass nach Einschätzung Der Internationalen Ermittler Der OPCW Hinreichende Gründe Äh Für die Annahme Ähm Gefunden wurden Oder aufgetaucht Sind Äh Dass man davon Ausgehen muss Dass Die Ähm Rebellen In der Stadt Al-Latar Mina Ich weiß nicht Ob das nicht Ausgesprochen ist Ähm Dass die Angriffe Mit Sarin Am 24. Und 30. März 2017 Ähm Durch Die Äh Ja Durch die Luftwaffe Assads Also durch das Das war Syrien Ne Durch die syrische Luftwaffe Ähm Quasi Vorgenommen wurde Auch hier mit dem Hintergrund Ähm Mit der Begründung Derartige Strategische Angriffe Hätten nur auf Grundlage von Befehlen Der höheren Kommandoebene Des Militärs Erfolgen können Also In meinen Augen Auch wieder Nur ein kleiner Sieg Aber immerhin ein Sieg Äh Und vor allen Dingen auch wieder Finde ich eine Stärkung der Judikative Jetzt im internationalen Kontext Das Ermitteln Und Beweise finden Beziehungsweise Gründe Und Indizien dafür finden Wie etwas passiert ist Und wer dafür verantwortlich ist Noch nicht ganz gestorben ist Finde ich Sehr gut Es waren insgesamt drei Angriffe Wird hier noch geschrieben Bei dem Mehr als 100 Menschen Von diesem Angriff Durch Sarin Beziehungsweise Chlorgas Betroffen gewesen waren Ähm Und das Hatte dann zu mehreren Zu mehreren Zu zahlreichen Toten Wird hier leider nur geschrieben Ähm Geführt Also insofern Hat man da auch jetzt Einen Verantwortlichen Was das dann In weiterer Konsequenz bringt Ja Muss man mal sehen Ob da Assad Angeklagt wird Vom Menschenrechts Ähm Vom Europäischen Gerichtshof Für Menschenrechte So rum Oder ob das Irgendwelche Äh ja Generäle werden Keine Ahnung Ich würde es mir wünschen Einfach um da auch nochmal Einen klaren Punkt zu setzen Aber das Bleibt abzuwarten Gut Du Hast bestimmt noch was Ich hab noch was Genau Wir müssen uns beeilen Wir sind schon wieder Weit fortgeschritten In der Zeit Ja also ich hab auch Und das ist auch jetzt Nichts langes Aber wenn ich so anstarte Es ist immer was langes Ähm Ne es hat letzte Woche Tatsächlich Ähm Auch nochmal Einen kleinen weiteren Aufreger gegeben Ähm Nämlich die Gebührenordnung Der Bundespolizei Wir kennen das alle Von Von Ähm Der Landespolizei Die So kann ich zumindest Für Berlin Dazu sprechen Die ja nichts Neues ist Im Kern Ähm Die meisten werden davon Erfahrung haben Und wir haben glaube ich Auch ausreichend Erfahrung Auch mit der Gebührenordnung Der Feuerwehr Wenn ich an unseren damaligen Gemeinsamen Arbeitgeber denke Dass eben wenn es Ähm Nicht gerechtfertigte Einsätze gibt Und das ist ja so Ich sag mal die Klassiker Die wir kennen Brandmeldeanlage Durch Wasserkocher ausgelöst Oder Einbruchmeldeanlage Hat ohne erkennbaren Grund Ausgelöst Also ohne dass eine Straftat Tatsächlich vorlag Ähm Dann können ja Die Ähm Einsätze Der Polizei Der Landespolizei Und der Feuerwehr In Rechnung Gestellt werden Jetzt gab es Ähm Bereits aus dem letzten Jahr Im Oktober 2019 Da hat es wenig Schlagzeilen dazu gegeben Und kaum Aufmerksamkeit Nur die Die tatsächlich Letztendlich damit Konfrontiert waren Oder beziehungsweise In deren Einflussbereich Das kam Gab es die besondere Gebührenordnung Das Bundesministerium Das inneren Heimatschutz Und ach Was da nicht alles Auch noch heißt So Und Man hatte letztes Jahr Glaube ich schon mal Angefragt Und da gab es Was Was letztendlich Ähm Eine Frage dazu Naja Wie kommt die denn an Oder wie wird die umgesetzt Und da war die Antwort Naja die Umsetzung Ist relativ gering Ähm Ich glaube man hatte Im niedrigen Äh Vierstelligen Bereich Gebühren verlangt Gehabt So Was man dazu sagen muss Das ist bei der Bundespolizei jetzt Eine andere Herangehensweise Da geht es nicht darum Ähm Klassisch vom Störer Verursachte Ähm Wie bei der Landespolizei Einsätze Ich sag mal Finanzieren Bezahlen zu lassen Also das was wir kennen Wenn ich vorsätzlich Die Feuerpolizei rufe Ohne Gründe Oder wenn ich mich Abschleppen lasse Oder Tierrettung Oder sowas Das kennen wir ja alles Aus der Landespolizei Ne Die Bundespolizei möchte So ihre Kritiker hier Ihre Hoheitliche Aufgabe Finanzieren lassen Das heißt Das fängt tatsächlich an Dass die Polizei Die Bundespolizei Jetzt Jemanden Zu dem sie kommt Zwecks Personalienaufnahme Das in Rechnung stellen kann Die Identitätsfeststellung Wenn sie einen Platzverweis Durchsetzen kann Kann sie das in Rechnung stellen Wenn sie dich in Gewahrsam nimmt Das wurde ja bisher auch schon Finan Oder musste bezahlt werden Die Zellenbenutzung In Klammern Dafür bin ich auch Aber die reine Gewahrsamsnahme Kann dir in Rechnung gestellt werden Wenn sie Sachen beschlagnahmen Kann dir in Rechnung gestellt werden Wenn sie Sachen aufbewahren Kann dir in Rechnung gestellt werden Also man hat sich jetzt Man hat praktisch Das Tätigwerden Auf der einen Seite Aus den hoheitlichen Aufgaben Parallel aber auch mit Ich sag mal Hoheitlichen Dienstleistungen Die aber in Anführungsstrichen Genannt Jetzt So gestrickt In der Gebührenordnung Dass man das in Rechnung bekommt So Und wir können alle Glaube ich verstehen So Beispiele Okay Ich hab eine randalierende Person Die will sich nicht identifizieren Nicht ausweisen Etc Dass man dann sagt Komm weißt du Wenn du so ein Arscherverhalten zeigst Dann musst du auch mit den Konsequenzen leben Und das ist nicht nur eine Anzeige Sondern das darfst du auch bezahlen Sind wir alle dabei Die Gebührenordnung schreibt aber Wer sich die durchliest Explizit auch vor Wenn es um Hilfe leistende Tätigkeiten geht Also beispielsweise Oma Erna steigt aus dem Zug aus Mit ihrem Dackel Und Verletzt sich am Bahnsteig Muss vom Rettungswagen abtransportiert Werden Da ist eine Verkehrsstation Das Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Oma Ernas Dackel Wird auf die Wache verbracht Kostet Geld Die Auslösung des Hundes Wird Geld kosten Weil man ja diese Sache In Verwahrung genommen hat Und Somit praktisch eine Dienstleistung Auf der Wache erbracht hat Aus dem kleinen vierstelligen Bereich Ist jetzt Eine Anfrage entstanden Die dieses Jahr nochmal gestellt wurde Ich weiß gar nicht Von welcher Partei das war Ich glaube ja Es war die Linken Innenpolitikerin Hat eine Anfrage Und ein Gutachten in Auftrag gestellt Und die Anfrage finde ich Die Ergebnisse der Anfrage Ist tatsächlich Erschreckend Also die Bundespolizei hat In einem Zeitraum von 18. Februar bis zum 5. März Nicht nur im unteren vierstelligen Bereich Sondern der untere vierstellige Bereich Nämlich mit 1145 Fälle In 16 Tagen Beziffert Die Sachverhalte Aus denen nachher ein Gebührenbescheid Entsteht Also wir hatten gerade technische Probleme Deshalb ich fange mal an diesen Satz nochmal an Allein im Zeitraum zwischen dem 18. Februar und 5. März Das sind also 16 Tage Sind 1145 Fälle dazu gekommen Die einen Gebührenbescheid verursachen werden Seit Im gesamten Zeitraum Also vom Zeitraum vom Oktober 2019 bis März Haben sie jetzt insgesamt schon 7.464 Mal Gebühren verlangt Und ich finde Das wirklich Wirklich bedenklich Muss ich ganz ehrlich sagen Wenn Wir es eben nicht nur haben Wie Haha ich ruf mal die Polizei Oder hier eine private Einbruchmeldeanlage hat ausgelöst Wo ich wirklich Kräfte binde Außerhalb ihres originären Tätigkeitsschwerpunktes Oder eben Falschalarm Ähm Da eine Rechnung zu Ähm Bestellen Äh zu stellen Wenn ich wirklich sage Okay aus jeder Tätigkeit der Bundespolizei heraus Stelle ich eine Rechnung Und der zweite Satz ist Es gibt noch einen Auftrag Es gibt noch ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes Bundestages Weil das die Befürchtung auch ganz groß ist Dass diese Gebührenordnung viele auch abschrecken könnte Nämlich auch vor allem Beim Bereich der Veranstaltungen Also ich sag mal klassisch Fußballspiele Etc Ähm Und der wissenschaftliche Dienst des Bundestages Hat festgestellt Ja Diese Gebührenordnung führt zu einschränken Führt zur hinnehmbaren Einschränkung Von Grundrechten Einzelnern Und es geht noch einen Schritt weiter Wir alle können nicht davor Nicht davor gefeit sein Ähm Nicht auch Verursacher oder Adressat einer Gebührenordnung zu werden Weil man derzeit aufgrund der rechtlichen Situation davon ausgeht Dass wenn die Bundespolizei unterstützend tätig wird Unterstützend tätig wird Für die Landespolizei Beispielsweise bei Veranstaltungen Oder bei 1. Mai Demonstrationen Oder anderen Lagen Dass die Bundespolizei Auch wenn es auf In dem Landespolizeirecht Keine Grundlage gibt Trotzdem ihre Maßnahmen in Rechnung stellen kann Der einzelnen Personen Und ich finde Im Gesamtsicht Finde ich das Echt Echt bedenklich Dass aus jeder Tätigkeit heraus Wirklich jetzt Ein Gebührenbescheid werden kann Ich glaube das wird den einen oder anderen abschränken Wovon wir sagen Okay grundsätzlich erstmal positiv Aber Wenn Wenn Oma Erna Sagt Der Dackel auf der Dienststelle Verbracht werden muss Und danach auslösen muss Oder auch andere Sache Wenn Wenn du jetzt beispielsweise siehst Dass Sich ein Tier in der Weiche Verfangen hat Und sie dort eine Hilfeleistung für Tiere Durchführen müssen Und du rufst an Weil du sagst Du hast einfach ein Gewissen Und du möchtest nicht Dass dieses Dieses Tier überfahren wird Im Gleisbereich Und Und getötet wird Dann Kann es auch sein Dass du als derjenige Der bei der Polizei anruft Und dadurch einen Hilfeleistenden Einsatz auslöst Dann nachher Ein Gebührenbescheid bekommst Alles Alles Sehr 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 bedenklich Und ich glaube Das sollten wir in der breiteren Öffentlichkeit Auch diskutieren Ja Da hat man wieder mal Eine gute Idee gehabt Und hat es mal wieder übertrieben Die Diskussion mit den Mit den Gebührenbescheiden Für Fußballspiele Oder für Risikofußballspiele Hatten wir ja schon mal Und ich bin ja dafür Dass man das auch Beibehalten sollte Und ich sehe das auch Bei einigen Leistungen Die die Polizei ja bringen muss Sowas wie du auch schon sagtest Gewahrsamszölle Ähm Sollte man den Leuten Huch in Rechnung stellen Aber manche Sachen Hilfeleistung zum Beispiel Verstehe ich nicht Ähnlich ist es zum Beispiel Die Bundespolizei kann ja im Äh Äh Im Zugehörigkeitsbereich Der Landespolizei Den Sogenannten Ersten Angriff Ähm Vornehmen Das heißt Wenn die irgendwie Eine Straftat sehen Müssen sie ja handeln Beziehungsweise Wenn sie einen Unfall sehen Dann dürfen die ja Trotzdem Äh In hoheitlicher Ähm Aufgabe Quasi Sicherung beisteuern Beziehungsweise gucken Ob Erste Hilfe Etc Notwendig ist Feuerwehr anfordern Wenn ich mir vorstelle, dass du dann in so einem Fall einen Gebührenbescheid bekommst, weiß ich nicht, Hilfeleistung, also das sollte eigentlich Grundaufgabe des Staates sein. Und ähnliches ist es halt, wenn du über den Bahnhof läufst, weil, keine Ahnung, der Bahnhof zu einem besonders gefährdeten Ort geworden ist, weil eigentlich rivalisierende Gangs oder besonders viele dumme Menschen aufeinandertreffen, die sich dauernd schlagen wollen und die jetzt da vermehrt Personenfeststellungen machen, dann kannst du dich dieser Maßnahme nicht entziehen. Und vor allen Dingen, diese Maßnahme hat ja dann schon keinen begründeten Verdacht mehr, sondern sie wird einfach nur pro forma durchgeführt und dann muss ich auch noch dafür zahlen. Also ich glaube, das zieht sich auch schon darauf, auch hinsichtlich des Aufwandes. Wir haben halt keine Ausweispflicht. Und wenn ich dann sage, okay, ich gebe, also das weiß ja heutzutage noch keiner, wie das wirklich ausgelegt wird. Das ist so, stopp, 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 das ist so nicht richtig. Nein, Moment, du musst mich aussagen. Nein, warte, das Personalausweisgesetz sieht ganz klar eine Ausweispflicht vor, dass der derzeitige Gesetzesstand sieht allerdings keine Mitnahmepflicht, beziehungsweise eine Mitführpflicht vor. Jetzt darfst du weitermachen. Du hättest mich ausreden lassen sollen. Genau das wollte ich sagen. Und wenn die Bundespolizei nur einen mitgeführten Ausweis akzeptiert, als Identitätsfeststellung, als klassische Identitätsfeststellung, und du aber sagst, okay, ich gebe meine Daten an, weil ich habe jetzt kein Ausweisdokument dabei, aber ich gebe meinen Namen an, mein Geburtsdatum, meine Adresse, und du kommst dann in eine Situation, wo du in die Überprüfung kommst, die vielleicht auch ein bisschen länger dauert, weil du eine besondere Person bist oder besonders häufig schon aufgefallen bist, ohne dass du in dem Moment etwas getan hast. Und dir steht dann ein Gebührenbescheid im Haus. Ja, also das finde ich echt bedenklich. Ja, ich würde sogar, wenn ich so drüber nachdenke, ich würde es wahrscheinlich sogar noch verstehen, wenn die Bundespolizei bei einer Personalien- oder bei einer Personenfeststellung, wie soll ich es jetzt korrekt ausdrücken, eine gewisse Mehrarbeit hat. Also genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Wenn, jetzt mal bei meinem Beispiel zu bleiben oder, weiß ich nicht, die Polizei trifft mich an, weil ich, ich habe Müll, weiß ich nicht, ich habe was umgeworfen, ich habe meinen Müll im Bahnhof hingeschmissen oder was auch immer, die wollen meine Personalien feststellen, weil sie mir eine Ovi schreiben wollen oder weil sie mich verwarnen wollen. Wenn ich in dem Fall meinen Ausweis vorzeige, sie können mir Daten aufnehmen, alles ist cool, sehe ich den Grund nicht. Wenn wir aber uns in einer Situation befinden, wo die angetroffene Person sagt Ausweis, nee, habe ich nicht bei, keine Ahnung und sie jetzt aufgrund von anderen offiziellen Lichtbild ausweisen oder nicht mal, weil diese vorhanden sind, einen größeren Aufwand zur Personenfeststellung haben. Da würde ich sogar noch fast nachvollziehen, wenn sie sagen, okay, da stellen wir Gebührenbescheid aus, weil unsere Arbeit über das eigentlich normale Maß hinausgehen muss, damit wir die Person feststellen können. Ja, aber sorry, dann muss ich doch erst in der ersten, dann ist doch wieder die Schuhe angezogen, bevor ich die Hose habe. Dann muss ich sagen, okay, wir haben eine rechtliche Verbindlichkeit, dass jeder seinen Ausweis mitzuführen hat und auf Aufforderung vorzuzeigen hat und das ist schon eine Ordnungswidrigkeit oder eine Anzeige ist, oder ja, eine Anzeige ist, wenn du das nicht tust. Das ist das eine. Aber ja, ich muss, warum, ja, natürlich muss ich meine, aber ich werde, wenn ich meine Daten nicht angebe, oder wenn ich meine Taten falsch angebe, dann ist das vom Grundsatz her ja schon eine Ordnungswidrigkeit. Und durch den Gebührenbescheid, der ja auch eine Verwaltungsmaßnahme ist, werde ich also letztendlich am Ende des Tages doppelt bestraft? Also das kann es ja nicht sein. Doch, finde ich schon. Mit dem Hintergrund, ich finde nicht, dass wir eine gesetzliche Grundlage schaffen müssen, dass du deinen Personalausweis mitzuführen hast, weil es gibt mehr als eine gesetzliche Grundlage, die Aussage, dass du gegenüber Justizvollzugsbeamten, oder Vollzugsbeamten heißt es, glaube ich, dich auszuweisen hast, wenn sie dich dazu auffordern. Das ist indirekt schon, oder das ist ja indirekt schon die Pflicht für dich, ein Lichtbildausweis oder ein Lichtbilddokument, um das mal richtig auszudrücken, im Fachjargon, ist das ja schon indirekt die Pflicht, dass du immer ein Lichtbildausweis bei dir fühlst, der dich ausweist. Steht zum Beispiel auch hier im ASOK Berlin. Da steht auch drin, dass wenn Polizei bei dir eine Personenfeststellung macht, oder machen möchte, du die Pflicht hast, dich dem gegenüber quasi auszuweisen, beziehungsweise deine Daten anzugeben. Das ist ja schon eine Pflicht. Darüber hinaus haben wir das gleiche Prinzip bei Veranstaltungen. Ich bezahle Geld dafür, dass ich eine Veranstaltung besuche. Wenn ich mich aber an die Hausregeln nicht halte, werde ich doppelt bestraft. Ich bekomme mein Geld nicht zurück und ich darf die Veranstaltung besuchen. Und wir haben hier... Moment mal, das sind ja zwei Sachen. Du kommst ja aus dem öffentlichen Recht, wo ich zwei Maßnahmen habe, die im öffentlichen Recht festgelegt sind, hin zu einem Bereich, wo du im Strafrecht bist, Hausfriedensbruch, Zivilrecht. Du kriegst dein Geld nicht zurück und musst die Veranstaltung verlassen. Ja, aber ich finde, das ist genau das gleiche Prinzip. Nee, ich kann nicht nach einem Recht doppelt bestraft werden. Also es wäre ja so, wie wenn ich... Aber es ist ja nicht ein Recht. Das stimmt ja nicht. Wenn ich nur Ordnungswidrigkeit begangen habe, werde ich für die Ordnungswidrigkeit belangt und bekomme dann, weil ich es dem Staat schwer gemacht habe, diese Ordnungswidrigkeit durchzusetzen, einen Gebührenbescheid für höheren Arbeitsaufwand. Und das sind auch wieder zwei unterschiedliche Dinge. Aber Gegenfrage, wo steht... Also gibt es ein Gesetz? Ist dir ein Gesetz bekannt, wo es heißt, du darfst dich nicht betrinken? Ich sag mal nein. Also man kann ja in die Kommentare schreiben oder wir recherchieren nochmal nach. Nein, es gibt kein Gesetz, das das nur direkt ausdrückt. Ich laufe jetzt betrunken über den Bahnhof, habe gerade noch so die Schwierigkeit, meinen Zug anzupeilen. Artikulieren kann ich mich überhaupt nicht. So. Und ich kann mich in dieser Situation nicht ausweisen. Ich finde, da steht die staatliche Obhutspflicht und die Garantenstellung, die im Moment da ist, über dem, dass ich doch bitte bestraft werde. Und da war ich doch faktisch in dieser Situation unmöglich, ohne, dass ich was getan habe, mein... Also, ich finde es schwierig. Gebe ich dir recht, klar, wenn du quasi eine Hilflosensituation oder eine Hilfesituation hast, dann sollte die Aufnahme der Hilflosen oder die Versorgung der hilflosen Person über einem Gebührenbescheid stehen. Gebe ich dir vollkommen recht. bin ich auch vollkommen bei dir. Nichtsdestotrotz, und das wird leider derzeit, glaube ich, auch nicht so gehandhabt, bin ich der Meinung, wenn du hacke dicht über, weiß ich nicht, mit dem Auto fährst, ist... Ja gut, das ist ja was... Ja, Moment, nein, 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 lass mich ausreden. Wenn du heutzutage hacke dicht, also ich rede jetzt hier nicht von 0,2 Promille, sondern ich rede jetzt hier so quasi ab 1,5 aufwärts, so nach dem Motto. Genau, dann bin ich der Meinung, wenn du dann ein Auto fährst, dann ist das eine vorsätzliche Tat. Also du hast Vorsatz begangen, weil du wusstest, wenn du dich so hart besäufst, kannst du kein Auto mehr fahren, du hast es trotzdem getan. Ich weiß von Veranstaltungen und von Anzeigen, die geschrieben wurden, wenn du dich besäufst und jemandem auf die Fresse haust, dass diese Anzeigen fallen gelassen werden können wegen fehlendem öffentlichem Interesse, was im Endeffekt die Aussage ist, wenn ich mich zu hart besaufe und eine Straftat begehe, dann wird das vom Staat entschuldigt, weil ich war ja nicht Herr meiner Sinne. Und ich bin der Meinung, das ist eins zu eins das gleiche wie besoffen Auto fahren. Ich habe mit Vorsatz mich so stark betrunken und kein Maß gehalten, dass ich zur Gefahr für die Öffentlichkeit geworden bin. Das ist aber ein anderer Bestand, als wenn ich, weiß ich nicht, vielleicht, weil ich unterzuckert bin über den Bahnhofstolper und fast ins Gleisbett falle, wo die Polizei mich aufhängt, sagst, ey Junge, was ist mit dir los? Wir nehmen dich jetzt mal mit und versorgen dich mal. Da bin ich bei dir. Da sage ich, das ist eine Hilfeleistung, die sollte auch nicht in Rechnung gestellt werden. Dass der Typ sich in dem Moment nicht ausweisen kann, ist der Natur geschuldet, dass der Typ nicht mal gerade auslaufen kann. Bei Besoffenen oder bei Leuten, die Drogen, Rauschmittel, Alkohol konsumiert haben, sehe ich das auch wieder ein bisschen anders. Die machen das in den meisten Fällen oder in eigentlich jedem Fall, machen sie das vorsätzlich, sollten sich über die Tragweite eigentlich bewusst sein. und ich habe kein Problem mit Leuten, die solche Mittel einnehmen und das genießen und das zu Hause machen, wo sie keinem schaden, wo keiner davon betroffen wird. Wenn sie das aber in einem öffentlichen Bereich machen und dann zur Gefahr für andere werden oder zur Gefahr für sich selbst, sollte man darüber diskutieren, ob das nicht ein Fall wäre, wo die Polizei auch sagen kann, pass auf, das ist Verstoß gegen den Straftat. Und weil wir jetzt Arbeit mit dir haben, musst du das auch bezahlen. Das finde ich jetzt grundsätzlich nicht verkehrt. Und das ist keine Bestrafung, sondern das ist einfach, du hast eine Dienstleistung abgerufen, die du hättest auch verhindern können, also wo du hättest sagen können, nein, diese Dienstleistung will ich nicht in Anspruch nehmen, dann musst du dich aber auch korrekt verhalten. Zwei Gedanken dazu noch? Und dann das Resümee dazu. Der erste Gedanke ist, wenn ich jetzt aus meiner Tätigkeit heraus gucke, dann glaube ich, dass im Wesentlichen diese vom Kern her erst mal gegen Personen geschrieben werden, die das sowieso nicht haben. Womit hat die Bundespolizei überwiegend zu tun? Mit Personen des unteren sozialen Milieus, um es mal so auszudrücken. Das sind Personen ohne festen Wohnsitz, klassisch Obdachlose auch genannt, aus schweren sozialen Milieus, vielleicht Hartz-IV-Empfänger oder Sozialhilfeempfänger, alles drum und dran. Ich baue da ein Gebührenkonstrukt auf für eine Zielgruppe, die das sowieso nicht zahlen kann. Frage, habe ich da nicht höhere Verwaltungskosten, als es mir nachher einen Nutzen bringt? Das muss man einfach wahrscheinlich mal sehen, wenn man das mal ein Jahr ausgewertet hat. Der zweite Punkt ist, weshalb ich auch so eine gewisse Problematik damit habe, ist beim Hintergrund erheblich darüber, diskutiert wird. Genau das, was nämlich in Punkt 1 schon erkannt wurde, wird auch bei der Bundespolizei, bei den entsprechenden Behörden im Hintergrund erkannt und auch bei denjenigen, die letztendlich auch der Nutznießer von Identitätsfeststellungen sind, beispielsweise im Rahmen von Fahrkartenkontrollen oder vom Rahmen von Hausrechtsmaßnahmen oder Ähnlichem, dass man die ganz große Gefahr sieht, dass die Kosten, die dort entstehen und nicht durch den Störer gedeckt werden können, weil der einfach gar nicht in der Lage ist, diese Kosten zu tragen, dass das dann übergetragen wird oder also demjenigen übergeholfen wird, der praktisch die Bundespolizei hinzugeholfen hat, weil man gesagt hat, naja, also du hättest ihn ja auch jetzt laufen lassen können. Du bist ja letztendlich auch Mitverursacher durch deine eigene Maßnahme dorthin gehen. Das wird ganz, ganz streng und erheblich hinter den Kulissen diskutiert und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt dafür, wie wir das bewerten. Und der dritte Punkt ist einfach, wenn ich das auch lese in dem wissenschaftlichen Gutachten, das sind Einschränkungen von Grundrechten. Wir haben einen Verschleiß, glaube ich, momentan unserer Freiheits- und Grundrechte in den unterschiedlichsten Bereichen und wenn ich mir dann als Fan vorstellen muss, ich sitze in einem Zug oder ich bin blöderweise in eine Gruppe geraten, die gerade Scheiße gebaut hat und es die Bundespolizei entscheidet jetzt, ich mache hier eine Identitätsfeststellung von 50 Mann und ich bin leider einer von den 50 oder einer von 20 von den 50, die eigentlich nichts getan haben und ich kriege plötzlich einen Gebührenbescheid, weil ich in dieser Gruppe mit drin war. Das ist, so würde ich den Wortlaut jetzt erstmal interpretieren, auch dem wissenschaftlichen Gutachten heraus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben wir immer noch in unserem Recht eigentlich eine Perspektive auf Individualstrafrecht und nicht, also ich sage mal, auf Individualbestrafung und nicht auf Gruppenbestrafung oder Kollektivbestrafung und Kollektivmaßnahmen. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, also bloß, weil ich blöderweise am falschen Ort, in falschen Zeit und vielleicht das falsche Trikot getragen habe und die Bundespolizei entscheidet jetzt weiter, ein paar Spinner meinten, sie müssen den Zug oder den Bahnhof auseinandernehmen. Wir stellen von allen die Identifikation, also die Identität fest und ich kriege daraus einen Gebührenbescheid, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ein erhebliches Problem damit, wenn ich ein Störer gewesen bin. Ist ein schwieriges Thema. Mein Fazit, mein Fazit, das hatte ich dir noch gesagt, im Grunde, aber glaube ich, können wir uns darauf einigen, eigentlich vom Kern her gut gedacht, schlecht umgesetzt. Ja, ist ein schwieriges Thema. Ich denke an einige besonderen Sachen musst du einfach Fingerspitzengefühl ansetzen. Für einige Situationen ist es auch schwer, wobei die Situation, die du beschrieben hast, sehe ich auch wieder anders, aber das ist ja das Schöne, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Ausnahmsweise, das ist viel zu selten. Nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor der Meinung, du darfst einen Gebührenbescheid nicht als Bestrafung sehen, weil dafür ist ein Gebührenbescheid nicht gedacht und so ist es auch nicht definiert, weil sonst müsstest du die, weiß ich nicht, Lohnsteuer auch als Strafe sehen, dafür, dass man dir Geld wegnimmt. Das machen wir auch nicht, sondern es ist quasi ein Geld, das wir abgeben müssen, ob es uns gefällt oder nicht. Und das ist bei einer Gebühr ja das Ähnliche. Dass du dich in dem Fall aufgrund hoheitlicher Aufgaben nicht dagegen wehren kannst. Von daher, wie gesagt. Ja, aber wir haben noch gar nicht über zivilen Ungehorsam diskutiert und darüber diskutiert, warum ich bei der Landespolizei nicht, also eine klare Ordnungswidrigkeitenanzeige bekomme, wenn ich meine Daten nicht angebe oder falsche Daten angebe und warum das bei der Bundespolizei was anders ist. Am Ende des Tages kommen alle aus dem... Ja, aber ziviler Ungehorsam hat doch nichts damit zu tun, dass ich mich hinstelle und sage, ich habe keinen Bock, dir meinen Ausweis zu zeigen. Ich glaube schon, wenn ich bei einer Veranstaltung bin und eine Sitzblockade... Ja, pass mal auf, aber das wird doch zu einem Mechanismus nachher. Ich sitze in einer Sitzblockade bei einer Veranstaltung oder bei einer Demonstration und der Polizist kommt zu mir und sagt, pass mal auf, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder stehst du auf und gehst oder du stehst, wir tragen dich weg und dann kriegst du einen Gebührenbescheid über 75 Euro für deine Identitätsfeststellung. Das hat für mich mit Grundrechten nichts mehr zu tun. Wenn das ein Mechanismus wird, der als Hebel wird... Ja, aber Moment, dein Grundrecht ist doch nicht, dass du dich irgendwo... Also dein Grundrecht ist doch... Natürlich Versammlungsfreiheit. Moment, dein Grundrecht ist doch nicht, dass du sagst, weil ich damit nicht zufrieden bin, möchte ich dagegen eine Demonstration starten oder eine Versammlung starten. Aus irgendwelchen Gründen ist dir das versagt worden und weil es ist, sie dürfen sich nicht an Zuggleisketten, weil das gefährlich ist, du machst es trotzdem und brägst dich dann im Nachgang hin auf, dass man sich vergetragen hat. Nein, 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 ich habe mich jetzt nicht... Das ist doch ein Konstrukt. Nein, 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 das ist ja kein Konstrukt. Wenn die Bundespolizei, die Gebührenverordnung der Bundespolizei auch im Bereich der Landespolizei angewendet werden darf und das sagt das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages und ich dann tatsächlich sage, okay, ich habe eine rechte Demo und ich blockiere als Bürger die Zugstrecke, nicht die Zugstrecke, also Zugstrecke in dem Fall nicht, aber die Wegstrecke im öffentlichen Straßenland und die Bundespolizei ist im Einsatz mit der Landespolizei. Dann habe ich ja bestimmte Mechanismen, die da ablaufen müssen. Ich melde dann auch eine Versammlung in der Sitzblockade an und sage, oh, ich bestehe jetzt auf Demonstrationsrecht und würde irgendwo eine Abwägung kommen und alles drum und dran. Aber wenn Gebühren als Hebel sind, dann funktioniert aus meiner Sicht die Demokratie in dieser Form auch nicht. Schön, nee. Sehe ich anders, das müssen wir an einer anderen Stelle eventuell nochmal diskutieren. Klar, wenn ich mich an Zuggleisen ankette wie Kastortransport oder ähnliches, da habe ich auch meine eigene Meinung, dass ich durch Schottern von Gleisen nicht unbedingt darauf hinweise, dass da bestimmte Gefahren sind oder dass ich eine Gefahr verursache für den Kastortransport. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich glaube schon, dass Gebühren dürfen kein, wenn ich in die Abwägung komme, möchtest du was zahlen oder möchtest du dein Grundrecht ausüben? Finde ich schwierig. Aber da müssen wir wann anders nochmal überdrehen. Können wir mit Sicherheit nochmal... Schreibt es uns in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Genau. Letzter Punkt von mir geht auch relativ fix. Da sind wir auch durch, auch wenn wir heute stark überzogen haben. Und zwar hatten wir am... Gott, alles bei mir heute 8.4. Am 8.4. brannte am Humboldt-Forum, also dem ehemaligen... Ich glaube, Stadtschloss nannte sich das damals, ne? Das ist die Künftigen. Ja, das... Das kann ja der Aufbau des Stadtschlosses wieder sein, ja. Genau, aber sie nennen es dann Humboldt-Forum, soweit ich weiß. Früher war es das Stadtschloss, bevor sie es dem Erdboden gleich gemacht haben. Ähm, das wird ja derzeit gebaut und auf der Südseite gab es einen Brand. Und zwar, ähm, wie man jetzt... Oder wie man relativ schnell festgestellt hat, brannten da wohl zwei, äh, B2- beziehungsweise Teerkocher, äh, die wohl, äh, aus irgendeinem... aus irgendeinem Grund in Brand geraten sind. Die Mitarbeiter, äh, die, die, die... Baufirmen, die da unterwegs waren, ähm, was genau die gemacht haben, weiß ich leider nicht. Das steht hier auch nicht. Auf jeden Fall gab es, äh, ein Feuer. Es gab wohl, weil eine Gasflasche in der Nähe stand, auch noch eine Explosion. Also eine kleine Durchzündung dieses, dieser Gasflasche. Was ich jetzt interessant finde, was hier drin steht, ähm, ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzt. Auf der einen Seite finde ich toll, dass der Sicherheitsmitarbeiter, ähm, versucht hat, sein Objekt zu schützen, weil das wird mit Sicherheit seine Aufgabe gewesen sein. Auf der anderen Seite finde ich es schade, also, den, den Einsatz, die Einsatzwilligkeit dieses Mitarbeiters finde ich super, keine Frage. Ähm, das war, wie hier steht, ah, war ein 22-Jähriger, der kam auch nur zur Beobachtung ins Krankenhaus. Ähm, finde ich super, dass er, dass er da quasi versucht hat, ähm, Blümmeres zu verhindern. Der Brand war relativ schnell, in 30 Minuten oder sowas war der, ähm, eingefangen. Ähm, die Feuerwehr hatte den dann gelöscht. Ich finde es super, dass er, äh, versucht hat, das Feuer zu löschen, beziehungsweise, dass er, ja, ich sag mal, versucht hat, seine, seine ihm gestellte Aufgabe zu bewältigen. Ich finde es ein bisschen schade, ähm, dass er seine Eigensicherung, ähm, da, ja, ich sag mal, vernachlässigt hat, beziehungsweise, dass er anscheinend nicht mehr erkannt hat, dass das Feuer oder das, das Level, das Niveau, die Ausdehnung des Feuers über die Möglichkeiten, die ihm gegeben sind als Sicherheitsmitarbeiter, schon hinaus sind und dass er vielleicht auch besser, ähm, sich, ähm, ja, in Sicherheit bringen sollte. Finde ich, ist schade, aber ich finde es trotzdem so, vom Grundsatz finde ich die, finde ich das super, dass sie das auch mit reingeschrieben haben, dass ein Sicherheitsmitarbeiter quasi versucht hat, ähm, das dem Feuer Einhalt zu gebieten oder es vielleicht sogar zu löschen, bis, ähm, die entsprechenden Kräfte, äh, vor Ort sind, um dann quasi fachmännisch, sag ich mal, zu übernehmen. Ich dachte, ich erwähne es hier nochmal kurz so, um... Nach dieser schweren Sendung ist das, glaube ich, ein ganz positiver Ausklang. Ja, also, muss man halt so sagen, wie gesagt, es war eine gute Idee mit einem etwas doofen Ausgang. Würde ich ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen, wie gesagt, da kann man, also ich, wenn das jetzt mein Mitarbeiter wäre und ich wäre da Führungskraft, würde ich wahrscheinlich im Nachgang nochmal mit ihm einfach ein Gespräch suchen, ihm auch sagen, dass der, die Intention war eine, war eine echt gute und dass er das super gemacht hat, aber dass er das nächste Mal doch vorsichtiger sein soll, weil wir halt nicht wollen, dass der am Ende im Ruß liegt und die Feuerwehr ihn rausziehen muss als leblose Leichnam, sondern, dass wir ihn doch ganz gerne als Mitarbeiter weiterbehalten wollen und wenn er sowas sieht, er doch dann über... Kommt auch seine sonstigen Leistungen an. Ja, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ihn da hingestellt haben in der Hoffnung, dass er da verbrennt. Also, das wäre jetzt auch ein bisschen sehr makaber. Ich sehe schon, das ist heute so eine, so ein Hackstück-Folge hier bei uns. Lauter kleine Themen, lauter hin- und hergehüpfe zwischen irgendwelchen Meinungen und teilweise makaberen Scherzen. Ähm, ja, das quasi so als letztes. Genau. Ähm, wir warten jetzt auf unseren Gebührenbescheid, weil wir hart überzogen haben. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Äh, he, he, he. Ihr bezahle ich nicht, ihr kennt meine Daten gar nicht. Außerdem habt ihr die schon. Wir setzen unseren Aluhut jetzt wieder auf oder ab, je nachdem, aus welchem Blinkwickel ihr diese Podcast-Folge beobachtet habt. Ähm, bleibt gesund, das kann man, glaube ich, diese Tage nur noch mal weiterhin wünschen. Nutzt die Chance nicht aus, die ihr jetzt habt, wenn's bei euch, ich sag mal, Reduzierung gibt der Maßnahmen oder sonst irgendwas. Ich glaube, am Ende des Tages schadet es uns allen, wenn wir jetzt gleich anfangen zu übertreiben, so schön diese neu gewonnene Freiheit auch ist. Und wir haben ja auch die letzten Wochen festgestellt, dass wir das eigentlich auch ganz gut können, ähm, mit, ähm, Bedacht und Augenmaß. und von daher habt ein schönes Wochenende, genau, bleibt gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau, genieß die, äh, Sonne von Balkonien aus, schönes Restwochenende und wir hören uns dann, wie du gesagt hast, in zwei Wochen wieder. Schönen Tag, Abend, Morgen noch. Haut rein. Mach's gut, bis dann.